Du bist ja einer der wenigen, der wirklich seit über einem Jahrzehnt präsent ist, wo es eigentlich immer bergauf geht, so linear. Hast du irgendeine Geheimformel, wie du so lange am Start sein kannst? Du warst doch mit Central Seam Studio. Boah, wir waren irgendwo in der Hood draußen, die Jungs sind auch so mit Maske draußen. Lohnt sich auf jeden Fall, weil in dem Moment, wo du das erste Mal denkst, okay, scheißdorf, ich lass das jetzt einfach so, bist du beim nächsten Mal genauso. Ich hab einfach einen Plot kommen lassen und hab das der Natascha trinken lassen, ich würde... Nein! Ich hab gesagt, du willst ins Magic City? Dann hab ich gesagt, okay, dann musst du das hier mit uns trinken. Herzlich willkommen, Tastemakers, die dritte zu meiner Linken, mein Podcast- bzw. Vlogcast-Partner im Crime, Jeezy. Und wir freuen uns, auch wieder eine illustre Runde zusammengestellt zu haben. Und zwar haben wir einen Teil der Scorpion-Gang zu Gast. Wir haben Summer am Start, Billy ist am Start und Ghana ist am Start. Schön, dass ihr hier seid. Die Einladung. Jo, 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 was geht ab? Ich muss ehrlich sagen, ich hab mich sehr hart auf dieses Gespräch gefreut, weil, wenn ihr euch erinnert, wir hatten vor kurzem noch dieses... Da gab's die Folge noch nicht, also da hatten wir noch nicht mal die erste Folge draußen, das war nur noch so die Idee. Und da war ich mit den Jungs im Studio und hab denen so über dieses Format erzählt und so, weil es mir aufgefallen ist. Wir haben immer gute Gespräche, wenn wir im Studio sind, deswegen hat's mich auch immer sehr gefreut, dass wir heute hier am Start sind, alle mit euch. Anreise war nicht so weit? Hattet ihr alle aus Gladbach gekommen? Ihr wohnt ja alle in Gladbach, ne? Äh, yes, ja. Wir wohnen alle in Gladbach mittlerweile, der Billy auch. Aber was ist mittlerweile schon seit zwei Jahren? Sagt man eigentlich noch M. Gleazy? Oder ist der schon alt? Nee, Bruder, der ist schon alt, ne? Wenn du die Oldschooler checken willst. M. Gleazy in der Hand. Also ich introduce euch gerade mal so ein bisschen, was wir machen. Ist ja ein lockeres Gespräch, was wir führen. Dementsprechend haben wir auch ein paar Drinks dabei. Und wir überlegen uns immer, ein Drink speziell für den Gast zu kreieren, also den es so auch nicht gibt. Kannst hier in die Bar gehen oder so und den bestellen. Aber wenn ihr wollt, Rezepte gibt's eh immer dann auch. Kann jeder oder irgendwer, der da draußen Bock hat, dann auch in die Bar gehen und sich mal so ein Ding mixen lassen. Und wir sehen schon den ersten Drink, den hab ich dir gewidmet, Summer. Und zwar ist das der Evergreen. Oh, dankeschön. Ja, ich hab mir ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen tief reingegangen. Und du bist ja schon extrem lange am Start. Ja, Bruder. Und stehst immer noch wie eine Eiche. Dementsprechend Evergreen, was zeitlos ist. Wie eine Eiche. Und was zeitlos ist, was einfach den anscheinend immer besser zu werden. Wie ein guter Wein. Dementsprechend dein Drink, der Evergreen. So ein bisschen grüner Tee drin, Aprikose ist drin und noch so ein paar andere feine Sachen. Ich würd sagen, stoßen wir mal an, wa? Cheers. In Evergreen. Sag mal, nachdem du ein gutes Schlückchen getrunken hast, schmeckt's? Ja, ist gut. Ohne schön ist gut. Was soll man jetzt auch anderes sagen, ne? Ja, 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 ja. Ist echt gut. Also, wie gesagt, Drink heißt ja Evergreen. Hast du so eine, oder hast du irgendeine Geheimformel, wie du so lange am Start sein kannst? Du bist ja einer der wenigen, der wirklich seit über einem Jahrzehnt wirklich präsent ist. Und wo es eigentlich immer bergauf geht, so linear. Dankeschön erstmal, dass du das so beobachtet hast. Also, ich glaube, das ist so, liegt einfach damit zusammen, dass ich schon immer auch in Kollektiven zusammengearbeitet habe. Und halt auch immer Leute um mich herum haben wollte, die sehr neuen Sound dicken und einfach da sehr früh schon auch als Konsument am Start sind. Und ich selber auch bin ein, typisch würde ich schon sagen, die Mucke, die ich höre, ist am Puls der Zeit. Ich mache jetzt nicht jeden Trend mit. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir alles reinziehe oder mich mit allem beschäftige, so. Aber ich glaube, dass mein Sound so jung geblieben ist, liegt halt auch an meinem eigenen Hörverhalten, so. Ich bin einfach, das hört nicht auf, es entwickelt sich die ganze Zeit, so, im Prozess. Billy, gerne. Habt ihr irgendwas, wo ihr euch so ein bisschen was abguckt, so, so nach dem Motto, okay. Ich meine, er ist euer Boss, theoretisch. Ja, was heißt bisschen? Wo ihr sagt, okay, da kann ich mir was mitnehmen, auch rein menschlich, abseits der Musik. Generell sind wir jeden Tag aufeinander, so, ob es jetzt im Studio ist, wenn wir Zeit haben, vorher noch was essen zu gehen. Das heißt, ich bin quasi jeden Tag mit Jerm oder mit Garner oder mit Gennaro. Und da nimmt man auf jeden Fall was mit. So seit drei Jahren hängen wir aufeinander. Man hat sich ein paar Sachen abgeguckt, würde ich sagen. Und auch viele Sachen gelernt. Und dadurch kann man eigentlich nur profitieren, wenn man Jerm an seiner Seite hat. Ja, safe, würde ich auch sagen. Also generell so Erfahrungswerte, so im Musikbusiness, wenn man generell Fragen hat oder auch so allgemeine Sachen im Leben, so. Ist halt dann cool, wenn man jemanden hat, wo man dann so reden kann. Und so, ey, wie würdest du vielleicht da handeln? Was würdest du da machen? Und dann einfach auch aus Erfahrungen von anderen auch so lernen. Ja, dann mach jetzt auch nicht die Fehler oder irgendwas da machen. Außer, wie man sich vor der Polizei versteckt bei Prime. Ich hab das gesehen. Was war da los? Erstmal ganz kurze Frage, ey. Was war denn da, Mann? Na, wo du mit Kida Ramadan, wo ihr euch da... Ach so, ja, 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 bei Amazon Prime. Wurdet ihr sehr früh aber hops genommen? Ja, ja, ja. Ich hab's gehört, ich hab's nicht gesehen. Wir hatten nicht so viel Ausdauer wie die anderen. Aber war das so real, real oder wie war das? Ja, ja. Okay, alles klar. Das war real, real. Ja, erzähl. Ich wollte sagen, ich finde auch zu dem, was jetzt Billy und Garner gesagt haben, finde ich auch so der Grund-Vibe. Ich meine, okay, wir kennen uns und wir haben auch Kontakt. Ist nochmal was anderes. Aber trotzdem, glaube ich, so wie ihr es, was ihr für ein Vibe nach außen spreadet, den finde ich sehr angenehm. Weil man merkt einfach, dass es wirklich so familiär ist. So, es gibt auch viele Labels, wo viele Artists irgendwie drin sind und jeder macht sein Ding, ne? Oder die haben am Anfang so super Family-Ding so draus gemacht und dann hat sich so jeder, ist so in seine Richtung gegangen. Und bei euch merkt man so, das ist so wirklich so sehr strong. Diese Energy kommt rüber auf jeden Fall. Und das finde ich halt schon einzigartig so in unserem Game, sag ich mal. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also ich sehe euch ja jetzt alle zum ersten Mal, bis auf Easy. Wer genau jetzt? Euch untereinander, ihr vier. Also, wenn ich anfangen darf, ich habe ihn als erstes kennengelernt, also wir hätten auf jeden Fall früher Ghana kennengelernt. Das hat alles in Betcheville begonnen, das war unser altes Studio. Und da waren halt viele so, irgendwann waren viele aus Gladbach einfach, die Musik gemacht haben. Und Ghana war immer mit Yassassin damals. Und Yassassin hat ihn mit ins Studio genommen und er hat halt sehr viel Output gemacht. Also er hat am Tag vier Beats, fünf Beats gemacht. Und ich bin immer so, also da kannte ich ihn einfach noch nicht. Und dann bin ich immer so an seinem Zimmer vorbei und ich habe immer gehört, boah, der gibt die ganze Zeit Gas. Egal, der ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Und irgendwann haben wir gesagt, ich habe mir das so zwei, drei Monate angeguckt und einfach auch so mal geguckt, was will der machen? Hat der überhaupt so den langen Atem oder ist das jetzt so gerade sein Hobby? Will er das jetzt für kurze Zeit? Aber der hat schon auch viel auf eine Karte gelegt dafür. So Ausbildung abgebrochen, bla gemacht, blub gemacht. Und schon so sich daran orientiert, dass er gesagt hat, ich möchte jetzt Musiker werden. Und ja, irgendwann haben wir dann gesagt, ey, weißt du was, komm, wir machen Sessions, wir machen bla, wir machen blub. Und so ist das gewachsen. Und ja, bitte komm. Also war er der Erste, den du kennengelernt hast, quasi von Scorping Gang? Von den Membern jetzt, also von denen die Bekanzen? Den Membern, ja, oder? Nee, Chili kenne ich länger. Ah, ja, ja, okay, sorry, sorry. Chili kenne ich länger. Echt? Ja, ja. Krass. Bruder, Chili kenne ich... Chili schon? Ja, natürlich, Bruder. Chili, der hat aufgelegt, wo der 13 Jahre alt war, war der schon DJ, Bruder? Nee, ja. Und dann, wen hast du dann danach kennengelernt quasi? Also ich glaube, so Ende 2016 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, wo ich dann mit Jessin gekommen bin. Davor hatte ich schon Kontakt auch mit Gennaro zum Beispiel. Ihn habe ich dann quasi dann auch mit ins Studio genommen. Also Gennaro hat auch in Gladbach... Genau, genau, genau. Immer schon in Gladbach. Ja, ja, wir machen, glaube ich, auch schon Beats seit 2014 zusammen oder seit 2015. Also auf jeden Fall auch schon was länger. Genau, dann kam der Rest. Also zum Beispiel Gennaro hat dann Cosa mitgenommen. So, die waren auch schon voll lange befreundet. Und dann mit der Zeit so kam immer mehr dazu. Und dann ist das so auch einfach dann gewachsen, ja. Was hast du für Ausbildung gemacht eigentlich? Ich glaube, Einzelandskaufmann damals bei Netto gemusst. Lass sie. Schlimmste Zeit auf jeden Fall. Wenn man auf jeden Fall dich zurücksext. Nee, Mann, nein, nein, nein. Wann bist du dann ins Spiel gekommen? Ich kann mal aus meiner Situation erzählen. Ja, mach, mach gerne. Ich habe eine Zeit lang, was heißt eine Zeit lang, kurz bevor ich jetzt hier bei Jam gesigned habe, habe ich in Düsseldorf gelebt und da auch Mucke gemacht im Studio. Und der Jeezy war zufällig auch im gleichen Studio. Und sind uns da öfters mal so über den Weg gelaufen. Aber nicht viel. Hallo, tschüss. Und ja, dann wollten wir, glaube ich, anfangen. Er hat schon angefangen mit seinen Plänen, dass er Singles machen will. Das war auch schon way back, bevor die erste Single kam. Und dann war ich irgendwann zu Hause am FIFA-Zucken. Da hat der Pooja mich angerufen und meinte, ey, Bro, ich bin nächsten Tage bei Summerjam im Studio. Ich komme gerade von da. Der hat gefragt, ob ich freshe Newcomer kenne. Ich habe an dich gedacht. Sollen wir mal da vorbeifahren. Und das ist quasi der Anfang von einem gewesen. War das diese Okay geht klar Zeit, wo das mit dem Song war, oder? Das war Planung. Ich habe ja, da habe ich, warte mal, von dem Studioabend, wo du erzählst, wo ich dich angerufen habe und gesagt habe, ich war gerade bei Jem. Da habe ich Jem das erste Mal live gesehen. Also da haben wir es das erste Mal, wir haben uns vorher geschrieben, so Instagram-mäßig. Klar, ich kannte natürlich auch seine Musik und so, aber erst mal so in person haben wir uns da im Studio gesehen. Weil, genau, wir wollten dann nur einfach mal so kennenlernen. Nein, wir haben uns vorher auf einem Festival einmal gesehen gehabt. Ach so, stimmt. Ja, mit Casey und so, ne? Mit Casey, Luciano, da war Reezy sogar dabei. Wir haben so aneinander vorbeigelassen. Ja, ja, das war way back. Ja, ja, da war Reezy und so auch noch. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, genau. Und dann habe ich ihn danach angerufen. Weil ich kannte seinen Sound. Wir haben im selben Studio, wie gesagt, gearbeitet. Ich in dem anderen Raum, der in dem anderen Raum. Wir haben so einen gemeinsamen Freund auch. Und der hat mir dann immer seine Songs auch so rübergeschickt. Und irgendwann habe ich da reingehört und dachte mir so, Alter, der macht schon sehr geiler Sound so, was der macht. So, ist sehr fresh. So, aber zu dem Zeitpunkt war ich jetzt auch überhaupt nicht jetzt irgendwie in den Gedanken so, okay, ich will jetzt irgendwie selber mit einem Künstler, also ich war zu sehr mit meiner eigenen Karriere auch beschäftigt. Aber ich dachte mir so, ist es zu schade, dass er nicht an den richtigen Mann gebracht wird, ne? Und der Vibe war auch super mit ihm. Und ich habe so gedacht, okay, das ist perfekt. So, einfach, einfach connecten so. Und dann können sie ja, die ja gucken, so, wohin das führt. Und ja, zum Glück ist das halt alles so entstanden, wie es jetzt entstanden ist, auf jeden Fall. Ja, Mann. Jetzt haben wir hier eine Bereicherung für Deutschwirt. Gut. Yes. Ist es, sag mal, ist es in deinen Augen, wenn du vergleichst, weil ihr habt ja vorhin schon mal, oder GZ hat ja schon ein bisschen geredet über, dass sich Newcomer vielleicht so ein bisschen geändert haben, die Generation und so weiter. Ist es für dich jetzt anders, junge Talente zu fördern vielleicht, als sogar vor drei, vier, fünf Jahren? Weil die Sprünge sind ja dann doch immer sehr schnell, wo sich so eine Generation anwechselt. Weil heute ist ja ein bisschen mehr, ist ja nicht nur die Musik beim Producer vielleicht, aber es ist ja viel mehr. Irgendwann wirst du eine Marke, du hast noch andere Sachen und so weiter. Ja, also ich habe es auf jeden Fall nicht so intensiv gesehen. Ich habe mir gedacht, ey, das ist eine einfache Sache, zumal das jetzt gar nicht auf die Künstler bezogen ist, sondern eher auf alles, was drumherum ist. Und es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Und am Anfang hat man Blut gelegt. Man hat so wirklich ein paar richtig, meines Erachtens nach, krasse Talente und möchte da natürlich viel machen. Aber irgendwann so, wenn du da drin bist in dem Arbeitsmodus, dann merkst du, boah, das ist schon viel, Alter. Und dann in der Phase sind halt danach noch viele gekommen und haben gesagt, yo, 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 was mit mir, was mit mir, was mit mir. Und bestimmt auch krasse Talente so. Aber ey, ich will weder meine Zeit da so totmachen, noch will ich deine Zeit totmachen, weil ich mich einfach dann nicht so gut um dich kümmern kann. Weil das muss halt so, keine Ahnung, das ist halt viel Arbeit, weißt du. Das ist aber auch nicht gang und gäbe, ne, diese Art. Weil viele machen auch dann einfach Fließbandprinzip. Ja, die designen alles weg, aber das bringt ja nichts. Ja, genau, aber du nimmst halt den Künstler damit auseinander, weil der hat so eine gewisse Vorstellung und denkt, okay, krass so, weil du hast immer, egal wo, du als erstes seinst, du hast immer so ein, es ist einfach ein nices Feeling, auf einmal so, der erste Vertrag liegt da. Du merkst, okay, jetzt wird's ernst. So, du hast auf jeden Fall nice Vibes und so, denkst dir, okay, der kann mir vielleicht helfen, deine, deine, so. Du denkst einfach, das bringt dich in Schritte weiter und wenn dann jemand das so ausnutzt und nix macht und einfach so, ja, mach mal du erst mal und gucken, ob das quasi dann so, da geht's ja am Ende des Tages immer um Kohle, ob es Kohle abwirft und so. Das ist dann halt, ja, ist nicht fair dem Künstler gegenüber. Einfach deswegen ist, ist schon krass, dass sie das so machen. Worauf legst du Wert und was forderst du auch von den Jungs so? Weil ja, du hast ja gerade schon gesagt, es ist sehr familiär, aber wo wird's dann Arbeit bei euch so? Wo bist du vielleicht ein bisschen strenger? Gibt's da irgendwas? Ich bin genauso streng, wie ich in meiner Musik bin, bin ich bei meinen Jungs. Also, alles, was ich für einen Song für mich haben möchte, das erwarte ich auch von den Songs von meinen Jungs. Also, wenn ich sage zum Beispiel, ey, vielleicht kann man hier noch ein Wort auswechseln oder was weiß ich, dann grätsch ich dazwischen. Aber das kommt auch nicht so oft vor und ich bin dir ehrlich, die haben das auch für sich so. Die sagen mir das auch. Ey, also wir sind schon sehr offen und sehr direkt. Wir brechen unsere Herzen auch nicht, weil wir die einfach so ficken, dass wenn einer, also da gibt es keine gebrochenen Herzen mehr, weil ich bin einfach straight. Ich kann auch nicht. Ich sage auch immer zu Leuten, die keine Kritik haben wollen, die sollen mir ihren Song nicht zeigen, weil ich könnte dir sagen, ja, 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 so. Oder wenn du wirklich mein Freund bist, dann will ich auch das Gleiche, was ich auch für mich selber haben möchte, will ich dir auch sagen. Und ich sage dir dann, ey, Bruder, die Hook war es vielleicht noch nicht oder Bro, was mit dem Beat, ja. Fehlt noch was. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich glaube, bei meiner letzten Single, die jetzt rausgekommen ist, Agassi, hieß die. Und ich glaube, das war ursprünglich die erste Line vom Song. Und der meinte, ey, Bro, das ist komplett Verschwendung, wenn das jetzt am Anfang ist. Pack das in die Hook, bau das geil auf. Da kann man noch viel mehr rausholen. Du kannst dieses Tennis-Thema geil rüberbringen. Was war das erste Wort? Dieses International Baller, die Agassi? Genau, das war das allererste. Okay. Und das hat er dann gesagt, ey, komm, wir packen das in die Hook. Das war der Part-Einstieg quasi. Okay, okay. Aber dann hatten wir halt den Rhyme Stephanie, weißt du, so Stephanie, Steffi Graf mäßig so. Und dann haben wir einfach, keine Ahnung, haben wir gesagt, komm, das ist zu groß, das Bild. Du kannst halt einfach ein schönes Bild damit machen. Ja. Und ey, aber wie gesagt, das ist so bei uns mittlerweile, das mag ich auch, wir haben einen guten Arbeitsmodus, was das betrifft. Wenn einer in das Studio reinkommt, der weiß schon ganz genau, was er so hört und worauf er so quasi reagieren und interagieren kann, bevor der Song zu ist. Ja, Mann. Das ist geil. Das ist geil. Ich habe das auch bei Billy, habe ich das gemerkt, wo wir an unserer Single gearbeitet zusammen, mit Faroon und OGT, der ist schon sehr, auch sehr perfektionistisch. Also der guckt dann nochmal nach neuem Wort, auch wenn das schon fresh ist. Vielleicht nochmal, vielleicht gibt es da noch was. Der geht so in seine Ecke, schreibt immer weiter dran, ist so die ganze Zeit am, da oben ist er die ganze Zeit am Arbeiten so, das merkt man voll. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl so, keine Ahnung, das ist natürlich für ihn noch gut, dass er halt auch in so einem Rap-Camp ist, weil ich bin einfach durch die alte Schule gegangen, auch so Lyrics-mäßig, dass ich da so ein bisschen vielleicht so mehr Hang zu habe. Es gibt zum Beispiel Leute aus meiner Generation, ich würde sagen, das sind richtige Schreiber so, aber keine richtigen so, die haben nicht viel mit Sound zu tun. Die schreiben einfach nur. Das sind so gute, so richtig gute Lyricists so. Und das Geile ist halt so, wenn du die Mitte davon hast, wenn du halt auch so, genauso bei deinen Sounds und bei deinen Texten, ohne dass du dich zu versteifst in den Text, ohne dass du, weil es gibt zum Beispiel Songs, ich sage dir ganz ehrlich, es macht keinen Unterschied, ob ich die lese oder ob ich die höre. Ich weiß genau, was du meinst. Wenn das so einfach nur wie so eine gute Zeitungskolumne ist, wo einer was geschrieben hat und das hat den gleichen Effekt für mich, wenn ich das lese oder wenn ich das höre. So würde ich zum Beispiel meine Musik nicht gerne machen, sondern die Mitte davon. Eine gute Balance schaffen und keine Ahnung, ich glaube, das funktioniert sehr gut bei Billy auch. Ja, safe. Du hast deine eigene Ästhetik so in deinen Texten, wie er schon sagt, ich finde das auch immer nice oder ich kenne Songs, die ich wirklich feiere, sprechen mich nur, also feiere ich nur dann, wenn die mich wirklich ansprechen, auch vom Text her, wenn ich mir ein Bild im Kopf dazu habe oder irgendein Vibe irgendwie in mir rumschwirrt. so, da kriege ich, weißt du, dass du es, dieses einfache... Beispiel Fien. Fien, 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 ja, also auf jeden Fall. Es ist mal so, mal so, Bruder, man kann es nicht, so weißt du, was ich meine, man kann nicht, also beides ist sehr wichtig einfach. Ja. Phonetik ist auch sehr wichtig. Ja, Mann. Das steht sogar bei mir, glaube ich, an erster Stelle, so als, so von der Produzentensicht, manchmal so, man arbeitet auch mit Künstlern, die jetzt nicht deutschen Rap zum Beispiel machen, so oder keine Ahnung, also ich zum Beispiel kann kein Französisch oder so und dann, wir waren mit Kalash mal im Studio, ich verstehe natürlich kein einziges Wort oder so, ich gehe da nur nach Phonetik und wenn das nicht dann so vom Sound oder wie was ausgesprochen ist, wenn das dann nice klingt, dann bin ich auch damit zufrieden. Ich muss manchmal gar nicht den Sinn oder den Text oder so verstehen. War der Kalash mit Sturmmaske die ganze Zeit? Ja, der hat ja ausgezogen. Oh, korrekt. Was war das, wo hast du das gepostet? TikTok, mit diesem Filter, wo du älter wirst und dann so, wenn der Rapper, er hatte so einen TikTok gepostet, es gibt so Filter, wo man so älter wird, so, weißt du, du wirst immer älter einfach und da hast du das drüber geschrieben, wenn der Rapper sagt, er braucht nur noch fünf Minuten für den Part. Das war ein indirekter Schuss an mich. Nein, Spaß. Martin, Martin im Studio, nein. Nein, Spaß. Nee, aber ich denke mir auch, manchmal sitzt man halt auch länger an der Line, so, aber dann denke ich mir, okay. Lohnt sich doch aber. Lohnt sich auf jeden Fall, weil in dem Moment, wo du das erste Mal denkst, okay, scheiß drauf, ich lasse das jetzt einfach so, bist du beim nächsten Mal genauso. Ja, hundert Prozent. Sag mal, was ich mal gerne wissen würde, von Produzenten sich, du hast ja mit vielen Künstlern schon gearbeitet, so. Was war so, du musst ja nicht unbedingt Namen nennen, aber was war so weirdeste Studiosituation? Gab es eine weirde, weirde, weirde? Ey, sag bitte die mit dem, in Berlin, wo du Namen verwechselt hast. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ihr die Künstlerin kennt, Florentina, die hat so grüne Haare, vielleicht sagt das irgendein, die macht auch so eher deutsche Musik halt so, eher poppig, würde ich auch sagen. Und wir hatten eine Session in Berlin gehabt, so ihr Manager hat mich angerufen, es kam so der Kontakt über Jonas Kingsize, so der so, ey, da ist eine Session mit Simba. Wenn du den Namen hörst, denkst du halt an den Simba aus Berlin, der Mehringdamm und so, ne? Und mir war halt bis dato nicht bekannt, dass es zwei Simbas einfach gibt. Und ich hab schon meine Beat-Auswahl mit Gennaro schon so getroffen, wir arbeiten auch meistens vor. Der hat ja auch so einen speziellen Song, ne? Genau. Ja, so ein bisschen so. Ja, der ist sehr speziell. Ja, so ein bisschen auch so Young Horn, so sehr trappig. Ja, 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 ja. Man kann sich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß genau, was du weißt. Und dann waren wir im Studio bei Desu, dann war da halt ein anderer Künstler, der hat sich halt Simba vorgestellt und der hat halt auch, war auch weiß, also so einfach der Film für mich. Ich bin halt komplett anders einfach so da reingegangen in die Session, war komplett geflasht, so. Dann hab ich das ihm auch gesagt und wir haben uns auch einfach auch alle so kaputt gelacht einfach, weil so, keine Ahnung, so. Aber wie hast du das denn gesagt? Ich brauch doch, ich muss ja erstmal überlegen, wie ich das in der Session spreche, weil ich hab auch zu dem Manager gesagt. Ach, du bist der Simba. Welcher Simba ist der? Weil der eine wird mit Z geschrieben, mit dem wir gearbeitet haben, auch ein sehr nicer Künstler, haben auch einen geilen Song und so am Ende gemacht und, weißt du, Beat-Ordner dann komplett verworfen. Ja, ja, das ist... Ja, ja, dann von Scratch gearbeitet, trotzdem was nice noch gemacht, aber es war so komplett so. Das ist so wie, keine Ahnung, du, jemand sagt, willst du Sprite trinken, aber das ist dann Sprudelwasser, das ist halt komplett... Ja, 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 hey, du hast was anderes erwartet. Und dann, ich weiß es genau. Grimder. Geil. Sag mal, eine Frage. Scorpion Gang ist ja ein Gang der Narbe, kennt jeder in der Musikindustrie, aber ich hab mich... Wie kamst du überhaupt darauf? Ich hab keine Ahnung. Ich komme ähnlich aus der Musik, aber warum Scorpion? Ist das irgendwas mit Astrologie oder... Nee, gar nicht, Alter. Wir sind gar nicht fernab von Astrologie, Bruder. Er hat mich das letztens gefragt, ne, im Auto. Ich konnte da selber nicht... Ey, gute Frage, ich glaube, vielleicht ist der Skorpion... Ich hab doch damals diese Blogs gemacht mit dem Skorpion in der Hosentasche. Es gibt so ein türkisches Sprichwort, dass wenn einer, wenn man immer was essen geht und einer bezahlt nicht, dann sagt man, der hat einen Skorpion in der Tasche. Er hat Angst, dass der den sticht. Deshalb tut er seine Hand nicht in seine Tasche, um Geld rauszuholen. Und aus diesem Ding haben wir eine Reihe gemacht. Und dann hieß es immer Skorpion King, Skorpion King. Und die Leute haben das einfach die ganze Zeit so adaptiert und immer mitgenommen, auch von Release-Phase zu Release-Phase. Und irgendwann, ich fand das auch ästhetisch. Das sah einfach auch cool aus. Auch way back, bevor irgendwie Drake das gemacht hat oder so. Und ja, keine Ahnung, dann haben wir einfach, bevor ich jetzt... Was soll ich mir jetzt einen Namen aus dem Arsch ziehen, Alter? Das ist vor mir. Ich hab damit gearbeitet. Das passt auch irgendwie. Beschreibt das auch so uns. Deshalb hab ich gesagt, Skorpion Gang. Nix Astrologisches. Wir haben echt gerätselt. Es gibt doch mittlerweile bei Leuten auch, dass über dem Skorpion schon auch noch ein Krokodil auch noch behütet ist. Was ist das? Ascendent? Krokodil oder was? Nee, über dem Skorpion in der Tasche ist noch ein Krokodil. Achso, ja, klar. Ist auch noch was, den... Erstmal musst du an den vorbei, dann an den anderen. Das macht das Ganze noch schwieriger. Ein Igel ist auch manchmal drin. Spannend. Ich glaub, es wird Zeit für die nächste Runde Drinks. Let's go. Echt? Ja, wir switchen jetzt einmal. Und zwar kriegt jetzt, glaub ich, Billy seinen Drink. Oh shit, ich bin gespannt. Also, zweite Runde Drinks. Der Drink heißt Biller Instinct. Hier zu Ehren. Was ist da drin? Da haben wir tatsächlich Maracuja, Vanille, Zitrone, Minze. Und Bitterlemon. Man muss sagen, Billy ist auch so einer, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo was trinken gehen und jeder bestellt etwas und es heißt dann so, ja, dreimal Cola, zwei Cola Zero, eine Fanta und eine Rhabarberschorle, dann weiß man genau, die Rhabarberschorle ist von Billy. Muss sein. Er ist immer so, er liebt so exotische Sachen. Dann passt das ja eigentlich schon. Passt auf jeden Fall ins Konzept rein, ne? Wie ein Fros aufs Auge, ja, Mann. Du hattest ein krasses Jahr. Dankeschön, Bro. Erste Tour. Yes, Sir. Musikalisch ging's bergauf. Wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen über die Ästhetik, die du dann irgendwie so dieses Look in 4, was du in deine Videos reingebracht hast. Aber erzähl erstmal, wie die Tour war für dich persönlich. Boah, ich muss echt sagen, die allererste Tour war auf jeden Fall ein sehr geiles Erlebnis dafür, dass man davor zwar schon so Gastauftritte hatte bei Jam oder Clubshows, so. Also, wenn da nur Leute für dich kommen und auch so jede Zeile mitrappen oder singen können, ist nochmal ein krankes Gefühl und hat sehr viel Spaß gemacht. Welche Stadt hat am meisten gerockt? Boah. Da geht es immer schwer, ne? Ne, ich weiß. Echt? Es tut mir nur im Herzen weh, Köln gegenüber, aber Hamburg war echt crazy, muss ich sagen. Hamburg hat, wir waren in so einer Location, ich glaub, die wurde jetzt auch abgerissen, kurz danach. Danach mussten die die abrissen. Ja. Also gibt's das echt nicht mehr, oder was? Ne, also ich glaub, entweder die ist jetzt abgerissen oder jetzt zum Ende des Jahres, haben die uns gesagt. Und ja, es war crazy, es ist so einfach von der Decke getropft. Und Nima, also mein Manager und Vogue haben mir gesagt, ey, zwischen dem Auftritt wurden immer so Leute rausgetragen, die konnten nicht mehr. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Bei welchen, warst du bei ein paar Shows dabei? Ja, wir waren, ich war in Köln dabei mit den Jungs und es ist halt auch das, das macht einen auch so stolz, auch so generell als Team, so wir sind so jeden Tag im Studio, arbeiten an neuen Sachen, dann hören wir mal die Sachen auch live, wir sehen, wie Leute darauf reagieren und so auch abgehen. Das ist so, denke ich, auch so das beste Feedback, was man auch so bekommen kann. Auch wenn man ihn dann so auf der Bühne sieht, so davor immer am Studio, macht einen auch stolz so als Team, so was man da so schafft und so. Ja klar, wenn du vorher in der Booth so im Studio gearbeitet hast und dann gehst du raus damit und so, ist schon geil. Bei Biller muss ich auch ehrlich sagen, dass so einer von vielen Künstlern, wo man so gar nicht denkt, dass er davor so voll wenige Auftritte oder so hat, das ist so wie einfach so sein Ding. Ja, manche haben das einfach dann im Blut, ne? So, das ist... Wie war die Planung der Tour für dich so? Setlist zusammenstellen, das Ganze... Ähm, ich muss sagen, ähm, ich hab mich so einen Monat, also ich hab erstmal alles gespielt, also alle Songs, die draußen sind, hab ich gespielt, ich hab keine ausgelassen, auch Feature-Parts hab ich gespielt, ähm, um den Leuten so ein bisschen mal zu zeigen, ähm, ähm, dass ich auch Bock drauf hab und, äh, dass die bei der ersten Tour direkt was Geiles bekommen. Und, ähm, ja, ich hab eigentlich nur so einen Monat vor der Tour so ein paar Songs noch auswendig gelernt. Ähm, wir haben so ein paar Sachen eingebaut zusammen, wir haben uns Gedanken gemacht, ey, wie können wir uns von den, äh, von dem Rest ein bisschen, ja, unterscheiden und, ja, ich glaub, die Leute hatten Spaß, gab super Feedback und, äh, nächstes Jahr geht's wieder auf Tour. Was ist dann so bei so einer Tour, dass ihr gemeinsam auch als Scorpion Gang so ein Ding, jetzt nicht plant, aber unterstützt, supportet, mithilft? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt ganz am Anfang nicht so in der Planung drin, aber während, äh, er quasi seine Setlist zusammengestellt hat, check ich dann, also, ey, hast du irgendwas für, äh, keine Ahnung, hast du geile Übergänge drin, hast du vielleicht irgendein, irgendeine Sache, die du in jeder Stadt machen möchtest und solche Sachen, ich geb ihm dann so Anhaltspunkte, aber, äh, ich hab jetzt keine Vorgaben oder irgendwas, was ich ihm machen müsste, der macht das sehr gut. Danke, Bo. Was sagt ihr eigentlich zu, äh, zu der neuen App, äh, Threads? Schwieriges Thema. Du hast es aber nicht lange warten lassen, ne? Ja, ich hab's vor einem Auto, vor einem Auto gesehen, die sind alle aktiv. Ja, ja. Alle sind, sind alle aktiv, ja? Ja, ja, doch. Billy hat das Ding gebracht mit Filmen. Ich hab ich noch nicht gesehen bei Threads. Ich hab auch noch nichts, ich war, weil jetzt postet jeder auf den Fress und sagt, was soll ich da posten? Der will sich rahmen machen. Sollen wir gleich ein Fret posten von hier, ein Foto? Ja, ja, genau. Siehst du, das ist... Online-Beef incoming. Wer ist das? Nur falsche Antworten. Es geht... Aber, Billy, du hast, äh, ihr habt alle lustige Sachen gepostet. Du hast das gepostet mit dem Trinkgeld, ob es Assi ist, glaube ich, beim... Das war ernst gemeint, Bruder, das war kein Witz. Das war leider kein Witz, aber... Du hattest kein Trinkgeld für den Typen, der das Essen brachte. Also nichts klein hatte ich. Genau, so. Und du hast gefragt, ob das Assi ist, ne? Ja. Mehr oder weniger. Und was sagst du? Was ich dazu sage? Assi oder das nicht Assi? Ich kann jetzt nicht sagen, dass es Assi ist, weil ich bin oft in der Situation selber gewesen, so. Und man... Also ich sag... Ich komm von da. Man gibt... Man gibt gerne Trinkgeld, so. Ich achte auch immer drauf, wenn ich bestelle, so nach Hause und so. Aber, also ich sag dir ehrlich, so meine... Fünf Euro ist so Maximum noch. Wenn der Fünfer-Schein da liegt, dann kann man einen Fünfer noch da rüberschicken. Aber so jetzt, wenn ich jetzt nur einen Zehner oder Zwanziger hab, dann muss ich dem sagen, sorry, Bruder, dann machen wir nix mal. Seit L.A. hab ich gar kein Dings mehr. Ich hab gar keine Relation mehr. Ich check das gar nicht mehr. Ich gebe manchmal einfach maßlos viel zu viel. Wegen Amerika hat 20, 30 Prozent... Ja, in L.A. ist halt Kassel oder in Amerika. Ja, aber ich rede ja jetzt von Lieferdienst, ne? Ich rede jetzt nicht von Restaurant. Bruder, du, ich bin so, ich gebe beim Bäcker mittlerweile. Ach so, okay. Ja, das ist... Das ist, keine Ahnung, so... Obwohl ich nirgendwo gesessen hab, im Stehen das bekommen hab, ich gebe da sogar, weil ich mir einfach denke, ey, komm, machst du denn... Ja, aber das ist doch schon... Wie gehst du so? Jetzt auch nicht immer so mega viel, einfach so Dings, bisschen was geben. Okay, ja, das... Ja, ja, klar. Auf easy so. Ich glaube, er hat geschrieben, du kannst auch bei der App Trinkgeld geben. Ich weiß nicht, also ich hab das bei Flink noch nicht gesehen. Das hat man dann übersehen. Das auch, immer. Ja, übersehen. Ja, aber ich hab... Eins, zwei, drei und fünf Euro. Ich dachte, das ist für Uber Eats oder so. Nee, bei Uber ist das auch so, aber ich habe extra gefragt... Fünf Euro, schwer, ey. Die machen nicht diese... Nee, nee, zehn Prozent ist nochmal... Also bei Lieferanten... Egal. Manchmal ist Euro, manchmal ist Prozent. Auf jeden Fall hab ich die Leute einmal den Fahrer gefragt. Meint, kommt das Geld zu dir? Der so, nein, Bruder. Ja, ja. Hab ich mir auch gedacht, deswegen... Kannst du dir was sagen, das hat sich bestimmt gedribbelt. Kommt gar nicht an. Wer will nochmal extra von dir so auf Hand haben und du hast dem was überwiesen? Ich glaube so, oder? Nein, nein, ich hab den vorher gefragt, ob ich... Ah, okay, okay, okay. Weil ich hatte kein Kleingeld, dann meinte ich, ich kann aber hier drüber machen. Ach so. Der meinte, nein, nein, da nicht. Ach echt? Ja, bei Lieferando zumindest. Ach krass. Jetzt ist es auf jeden Fall hier. Ich hab doch voll die Dokus und so. Lieferando, was geht da ab? Weiß ich nicht, so hat das... Der Lieferando-Deal ist jetzt. Der Lieferando-Deal ist jetzt gerade. Sag mal, du hast aber auch... Du machst so ein bisschen Alltagspoesie. Das ist voll geil, was du da schreibst mit dem... Einmal das Geld... Ja, wirklich. Einmal das mit dem Geld leihen, glaube ich, ne? Wenn du 100 Euro leihen, was hast du gesagt? Nee, es geht um das... Um die universelle Nutzung von dem Wort Inshallah. Also, das ist so mit Gottes Wille oder hoffentlich gemeint. Aber man verwendet das auch so bei Alltags-Dribblings. Beim Umzug. Ich helfe dir beim Umzug, Inshallah. Und dann hat eine höhere... Ich bin 100 pro dabei. Inshallah. Diese drei Sekunden... Dieser kurze Atmer dazwischen... Du weißt schon. Wenn ich gesund bin. Das soll sich meist noch ein bisschen weiser anhören, vielleicht. Dass man die Person noch mal so in eine andere Schublade vielleicht... Dann schon mal vorwarnen. Das ist diese kleine Vorwarnung. Das ist schon eine Absage. Das wollte ich gerade sagen. Bruder, ich schwöre dir. Ich bin nicht mal sauer, wenn der nicht kommt. Weil der hat es ja schon gesagt. Ja. Ja, klar, Bruder. Ich rechne schon nicht mehr damit. Weil du weißt, Bruder, wenn du ihn sagst... Aber du hast doch gesagt, du kommst. Der hat gesagt, ich habe Inshallah gesagt. Verstehst du, was ich meine? Der reist doch schon. Die Antwort ist doch schon da. Das ist krass. Man muss gar nicht fragen. Ja, hast du eigentlich recht. Man könnte einfach sagen, wenn ich sage, kommst du? Und dann sage ich, ja, ich komme. Nee, das reicht schon. Diese Ausrufe zeige ich Ihnen, reicht schon. Warum noch diese Komma? Ja, aber ihr bespielt ja so ziemlich alle Social-Media-Kanäle, die es gibt. TikTok, seid ihr auch alle drei? Ich glaube, du hast... OOF machen wir noch nicht. Wenn das auch als Social-Media-Kanal gibt. Der Exclusive-Content bleibt noch aus. Aber ziemlich roh. Ich finde es geil, was ziemlich roh ist, was sie da posten. Ich glaube, du hast... War das auf TikTok, wo du in Lagos warst? Nee, das war auf Instagram, ne? Ja, doch. Oder habe ich auch... Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Du auch ziemlich roh. Finde ich sehr, sehr geil. Aber eine Sache ist, sag mal, auf TikTok, deine Haut sieht on fleek aus. Meine Haut sieht on fleek aus? Okay. Wie sieht die jetzt aus, Bruder? Ich habe keinen Filter drauf. Du hast sehr gute Haut. Noch mehr. Aber ihr müsst mal gucken auf TikTok. Sag mal, seine Haut sieht krass gut aus. Oh, krass. Worauf achts? Ich habe sie gerade einmal geguckt, Bruder. Ich arbeite in der Modeindustrie. Ja, krass. Dankeschön. Was tut du? Dankeschön. Bruder, wenn ich dir sage, ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht einmal Creme oder irgendwas drauf getan. Aber irgendwann habe ich angefangen. Was mache ich da? Ich habe so ein... Ich habe ein Serum. Wie heißt das? Bruder, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe irgendwas von Kielz. Das ist wie so ein Hydrogen. Dann habe ich... Mann, ich habe schon so ein paar Dinge. Aber ich bin ehrlich, ich benutze das nicht immer. Ich benutze das so gegen trockene Haut oder so. Aber sonst... Ich bin jetzt keiner, der sich so seine Augen einkrebend oder der voll die Dinge... Ich gehe duschen, Bruder. Und da gibt es auch noch nicht mal so ein extra normal Gesicht. Ich mache das alles unter der Dusche. Und dann... Aber du cremst dein Gesicht. Genau. Aber das ist eher so, um Feuchtigkeit einmal zu geben. Weil ich sonst schon so trockene Stellen bekommen kann. Und ansonsten, Bruder, ein bisschen vielleicht... Wenn ich an einem guten Tag vielleicht ein bisschen Bartöl... Bisschen Gel und so ein Parfüm. Und das war's, Bruder. Ja. Aber Respekt. Dankeschön, mein Bruder. Ich achte auch so. Ich höre, ich achte... Ja, krass, krass. Aber was halten wir jetzt? Wir sind ein Thema noch ein bisschen so übersprungen. Bisschen, also ein bisschen schnell weiter. Genau, wir sind ein bisschen ausgewichen. Ich würde gerne nochmal die Meinung. Was halten wir von Threads? Fangen wir mal mit Ghana an. Was hältst du davon, von der neuen App? Weil im Endeffekt, wie viele Apps soll man noch nicht mehr haben? Also bei mir ist eh so Social Media, keine Ahnung. Also ich versuche mir auch immer voll viel Mühe so zu geben. Aber dann so, dann... Scheiße drauf. Ich poste auch viel zu unregelmäßig leider und so. Also ich finde die App sehr wild. Also wenn man da auch generell so liest und so. Es geht schon gut ab. In den Kommentaren vor allem. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie lange die jetzt noch auf meinem Handy überlebt. Also Ghana hat schon bei uns im Chat angekündigt. Ja, ja. Noch eine Woche. Ja, ja. Dann bin ich los. Wenn man immer zu viel dann da rumscrollt und so. Ja, auch so generell. Nennt man das diese For-You-Page oder Timeline? Das ist auch schon sehr wild. Ich dachte auch erst mal, ich wäre woanders angemeldet. Es ist halt, du kannst nicht neben Familie und so öffnen. Es ist halt so geil. Threads? Ist das so? Ja, das ist schon komisch. Was hast du für einen Algorithmus, Bruder? Nee, so Esthens. Was hast du für einen Algo? Nee, ist schon sehr wild auf jeden Fall. Ja, krass. Ja, mittlerweile besser. Boah, ich muss sagen, so als Rapper, jetzt aus der Rappersicht, Rapper. Alles gut, ich hab gar nicht gewartet, ich hab nicht gewartet. Nein, ich hab nicht gesagt. Nein, ist ein Insider von mir und Jam. Ich hab so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal bei dem R, deswegen. Der macht sich manchmal drüber lustig. Naja, auf jeden Fall. Kenn ich aber. Warum macht sich jemand lustig, wenn ich schrake? Bruder, ich kann nicht. Das ist eine Zwangsneurose. Dann ist das was Kongolesisches anscheinend. Wenn einer einen Fehler macht, so, ich muss den berichtigen. Aber welche Fehler machst du denn da? Ich mach das auch ungern, aber ich muss den berichtigen. Also sagst du normalerweise Rapper oder was? Nee, nee. So wie W, wie Rap. Achso, Rapper. So mäßig, okay. Ey, mein Cousin ist Rapper. Rapper, ja, ja. Nein, so hat er das nicht, aber... Aber ich fühl mit dir. Ich muss einfach bei jeder Scheiße... Er liebt das zu korrigieren. Die Schuhen, die ich letzte Woche gekauft habe. Bruder, es heißt einfach... Ich kann das nicht so stehen lassen. Dafür sind ja auch enge Freunde da. Ja, natürlich. Man muss ja... Nein, boah, zu Trads. Ja, wie gesagt... Ist das viel, ist das nicht viel? Oder findest du das geil? Ich find's für den Anfang... Jetzt fand ich's lustig, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht... Man kann halt mit seiner Community connecten ganz gut. So, das find ich auf jeden Fall cooler als bei Insta oder bei TikTok. Weil, ähm... Keine Ahnung. Direkt da, ne? Genau, sehr direkt. Man antwortet was. Und, ähm... Aber ich weiß nicht. Ich geh jetzt zum Beispiel um... So Content für meine Musik. Das ist jetzt nicht gut geeignet, würde ich sagen. Ist eher so ein Ding, was man mit Humor nimmt. Ja, man muss ein bisschen gucken, so... Ich glaube, vor allen Dingen, wir benutzen Social Media auch nicht, weil wir so geil drauf sind, irgendwie bei jeder Sache dabei zu sein, sondern zu gucken, dass wir einfach unsere Mucke auch natürlich überall platzieren und gucken, wo ist unsere Zielgruppe, ne? Damit wir da auch mit denen so in Touch bleiben. Aber wenn die Brücke nicht da ist zwischen Threads und Musik... Ja. Es könnte aber sein, dass die da ist, ich kann das noch nicht so einschätzen, dann könnte man das natürlich bedienen, nur jeden Tag sich da hinzusetzen und sich einen Witz auszudenken, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, das wird so ein bisschen auch dieses... Das wird... Das ist ja jetzt am Anfang, ne? Also für Europa wurde es ja jetzt erst seit neuestem freigeschaltet, aber in Amerika gibt es das schon was länger. Ich glaube, so nach einer Zeit wird sich das so einpendeln, dass ich jetzt nicht jeden Tag... Weil jeder... Viele denken dann auch so. Nicht jeder hat jetzt Bock, irgendwie jeden Tag irgendwie darauf witzig zu machen. Ab und zu... Ich finde, das ist eher so eine App, wo du quasi eine gute Spiegelung zu Insta... Weil bei Insta guckt man immer, dass das so ein bisschen cleaner ist. Bisschen mehr auf professionell und so weiter und so fort, weißt du? Und bei Threads kann man so ein bisschen mehr einfach so... Just so was, was im Moment gerade passiert. Du kannst einfach jetzt so... Bruder, das ist aber auch schon zu früh, ne? Dass wir so darüber reden, morgen ist das... Morgen wird das zu dem neuen Clubhaus. Dann haben wir zehn Minuten darüber geredet und erzählt, wie geil das ist. Zum Glück ist das... Aber die Show kommt ja jetzt auch... Die kommt ja schon schnell, deswegen... Da ist schon... Ne, an sich, was Cem gesagt hat, da hat er schon recht. Am Ende des Tages, man will das ja verbinden mit Mucke und quasi seine Musik damit so spreaden. Wie wichtig ist... Aber ich finde es halt mittlerweile so... Es sind sehr viele Apps geworden, die man so quasi... Du hast dann TikTok, du hast dann Threads, du hast dann... Du hast Insta, was hast du noch? Dann kommen die doch manchmal mit YouTube Shorts. Twitterst du eigentlich? Ne, Twitter gar nicht. Ich fand, ich war da nie drin. Ich hatte das mal... Ich hatte das auf dem Handy, hab ein paar Mal gescrollt oder so. Ich fand das irgendwie nie interessant. Keine Ahnung, war mir zu weit weg irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber ich hab Kollegen, du... Ich hab Twitter gehabt, ich hab auch, glaube ich, über 100.000 Follower da gehabt. Ja. Ich hab das aber auch nie richtig benutzt, ne? So, das war immer so Dings. Genau, man hat das einfach geteilt da auch. Wieder, wenn du ein Video rausgebracht hast, auch wieder, ey, heute kommt ein Video. Und ab und zu hast du vielleicht mal da ein Foto geteilt oder so. Aber ich glaube, die Leute, die das so richtig gemacht haben, das hatte ich schon so mal so eine Hochzeit, wo das viele Leute auch einfach entertaint hat. Genauso wie TikTok. Das hat mich auch eine Zeit lang krank entertaint. Das muss ich sagen, ist jetzt gerade, ist es nicht so, dass ich sage, boah, ich bin da voll gerne auf der App und hier gibt's immer voll die gernen Sachen. Weißt du, ist das nicht für euch Musiker, alle vier, ist das nicht die wichtigste App jetzt, rein musikalisch, als Musiker? TikTok jetzt? Social Media App meinst du? Ich glaube, ich glaube, es ist schon wichtig, ne? Also so aus dieser Musiksicht her, aber ich glaube nicht, dass du nur durch TikTok, also das ist ein Zusammenspiel aus allem, verstehst du, wie ich meine? Ich glaube, es gibt genug Artists, die TikTok nicht gut benutzen. Aber sehr gut stattfinden, also sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland gibt, die nur TikTok machen und damit so ihre Karriere pushen. So gibt's bestimmt auch ein paar, aber ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Sachen. Was ich sagen möchte, es geht gar nicht um dieses Musikalische, was man auf TikTok macht. Ich meine generell, der Content, der da ist, dieses, der hat sich mit dem gestritten, der hat mit dem das gemacht, dieses, also so war mein Algorithmus auf jeden Fall. War bei mir, war bei mir genauso. Und irgendwann hab ich das so, hab ich auch eine Zeit lang das gelöscht. Weil das ist wie so ein Strudel, wenn du einmal da so reinspringst, dann bist du auf einmal da, du bist da sich am Drehen die ganze Zeit da drin. Und ich hab dann aber gemerkt, so ich bin auf so ein paar andere Seiten gegangen, ne? So Sachen, die mich interessiert haben, hab ich so in der Suchleiste eingegeben, ne? Und da kamen coole Accounts, die wirklich so, die freshen Content gemacht haben, auch so Mehrwert, auch wo man so was dazulernen konnte. Und die Sache hab ich geliked. Bewusst geliked. Und jetzt wird mir, jetzt hab ich echt so, ist immer noch auch einiges an so Schrott dabei. Was hast du, National Geographic abonniert, oder was hast du gemacht? Nein, nein, nein. Ne, so mit Fashion und so Sachen. Weißt du, so Sachen, die mich interessieren. Und dann Leute, die da, die da... Ich dachte so Quantenphysik oder irgendwelche. Okay, nein. Benutzt TikTok auch für Haushaltstipps. Du? Ja, ja. Ey, guck mal, das ist, guck mal. Das ist geil, für Kochen mach ich das auch geil. Ja, Kochvideos sind nice. Ich hab mal so, kennst du, wenn du Reis aus Versehen machst, Reistopf machst, den Reis ist fertig, aber er lässt den Topf aus Versehen auf dem Herz stehen und dann wird das so schwarz unten alles? Ja. Ja. Und das hab ich auf TikTok rausgefunden, wie man das bekommt. Das ist ja mit Backpull oder was? Ne, mit, ähm, kochendes Wasser und Spüli rein. Ach, Bruder, aber das, 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 das wusstest du vorher nicht? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Ich wusste das aber auch nicht, muss ich mich jetzt anschließen. Ehrlich? Damit weichst du ja alles ein, Bruder, das ist doch ganz nichts. Und dann einfach... Wasser kochen an, bisschen Spüli und dann weicht das das ein. Hab ich nicht gewusst. Nein, ich finde viel so, viel interessanter, wenn zum Beispiel so eine Situation passiert, du hast etwas versalzen, wie, was mach ich jetzt? Muss ich das wegschmeißen oder kann man irgendwas anderes noch drauf tun, damit das sich so, äh, äh, sag ich mal, äh, wenn man das gerade biegen kann. Ausdünnt oder was auch immer. Solche Sachen sind interessant. Aber hast du die Antwort? Ne, Bruder. Oder weißt du auch? Ich meinst du aber, ich glaub, man muss sogar eine Kartoffel da reintun, glaub ich, und die saugt das so aus. Ich hab keine, ja, ja, ich hab, glaub ich, auch mal irgendwas mal so gesehen. Veganer kann super kochen. Ja, Mann. Echt jetzt? Ja, ich koch gerne. Echt? Ja. Was kochst du? Also, also, keine Ahnung, meine Info ist dann auch das Internet und dann koch ich auch einfach Sachen nach, so. Ich feier das auch so, einkaufen so zu gehen, sich so die Sachen anzugucken und dann so Dings. Krass. Ich kann aber auch... Also du hast auch die, ne, wundert mich jetzt echt so, weil, äh... Ne, also, nicht so krass, aber ich hab so eine, ein Gericht, das essen Bini und ich gerne. Welches? So eine Chili-Pfanne. So eine wilde, scharfe Chili-Pfanne. Hackfleisch-Pfanne, aber so richtig scharf auf Mexican-Style. Billy isst dich dann durch, rechts und links. Ja, wenn er es schafft, wenn es nicht zu scharf ist. Wir haben einen kranken Contest, wer schärfer essen kann, jedes Mal, egal welches Gericht. Habt ihr diese Hotchips gemacht dann? Wenn ihr diese Filme macht, dann muss der auch dabei gewesen sein. Habt ihr gemacht? Natürlich. Wir sind ja noch da, wir leben noch. Ja, ja, okay. Das ist mir schon klar, aber wie viele, sag mal... Zwei, drei Stück pro Person. Echt? Nein. Wir haben einen genommen, haben wir gegessen, Bruder. Aber einen habt ihr probiert? Ja, klar. Ist der echt so wild? Ja, ist schon, war schon scharf. Ich bin da raus. War schon scharf. Aber du isst doch normalerweise sehr scharf. Ich bin da raus. Ja, ich ess schon scharf, ja. Und der war trotzdem noch... Nee, das ist auch schon so einer, der... Hä? Das ist halt so eine eklige Schärfe. Das ist so eine Schärfe, die isst du eigentlich normalerweise. Schmeckt auch gar nicht. Ja, ja, normal. Das ist ja künstlich... Ja, ja. Wer tut das? Da ist doch rausgekommen, so eine Meldung. Man darf die nicht mehr verkaufen. Nee, jetzt ist verboten. Ja, ja. Ja. Aber der hat seinen Schnapp gemacht, der Typ. 12 Euro pro... Für einen Chip 12 Euro. Crazy. Aber lass uns ganz kurz nochmal zu Billy zurückkommen. Gutes Jahr. Was nimmst du dir vor? Ist da jetzt so... Bist du so ein Typ, der sich so Jahresvorsätze macht jedes Mal? Weil Jahr leigt sich jetzt dem Ende. Bis vor zwei, drei Jahren war ich das gar nicht. So, ich hab gemerkt, eigentlich ist das richtig wichtig. Am besten hast du schon jeden Monat so Vorsätze, wo du sagst, okay, das will ich erreichen. Aber mein Album kommt. Jetzt kommendes Jahr. Ist eigentlich schon so gut wie fertig. Aber wir sind so im Prozess drin immer. So, dass zum Beispiel die erste Single von meinem Album der letzte Song war, den wir gemacht haben. Das war jetzt schon zum zweiten Mal der Fall. Und ja, ich denke, irgendwann muss ich aber sagen, okay, jetzt ist Schluss. Muss das Ding abgegeben werden. Deswegen Anfang des Jahres kommt das Album. Ich hab auch Bock drauf. Gibt's schon irgendwas Festival-mäßig? Plant man das jetzt schon als Musiker? Ist das jetzt schon für nächstes Jahr? Ja, ja. Festivals, ja? Ich weiß schon, ob du das schon sagen solltest. Ja, ich glaub noch nicht, aber wir haben schon so. Ich weiß noch nicht, aber er hat schon. Okay. Er hat schon, oder? Die fragen auch schon an, so direkt, ne? Baba. Sehr geil. Ja, die Tour hat ja jetzt, man hat's ja gesehen auf Insta und so, hat schon eine Welle gemacht, ne? Das wird auch nochmal crazy, oder? Festivals auch mal so. Guck, für sowas ist es dann wiederum geil, ne? Ich war zum Beispiel, letztes Jahr war ich auf dem Frauenfeld. Davor das Jahr war ich mit Jam und, ähm, ja, da war schon sehr, sehr cool. So, beim ersten Mal hab ich gemerkt, okay, die Leute kennen jetzt gerade noch die Songs von mir und Jam. Das zweite Mal war ich selber da. Da war auch nochmal ne andere Stimmung und, ähm, ja, nächstes Jahr bin ich umso gehypter. Rauben sind gedrückt. Danke, bro. Very nice. Chicken and rice. Musst du los? Okay. Ich flieg nach Wien zurück heute. Ach, wir haben noch fünf Minuten. Wir haben noch fünf Minuten. Oh shit. Er muss los, ja, ja. Ich bin dann... Wir haben noch fünf Minuten. ...gedribbelt. Alleiniger Host. Nach dem... ...den Anschluss komplett. Jean-Claude, was geht? Erzähl. Du, sonst nicht viel. Ich flieg nachher nach Wien zurück, nach Hause. Okay. Dann ist Weihnachtsfest und, äh... Dann gibst du Wiener Schnitzel, oder was gibst du da? Ich ess kein Fleisch. Ich wusste es, ich wusste es. Fünf Jahre ess ich kein Fleisch. Du isst kein Fleisch? Nee. Ich ess kein Fleisch. Ich war mal vegan drei Jahre lang. Nachdem ich... Meine Frau ist aus Bosnien. Da war ich mal in Sarajevo und da hab ich mir in vier Tagen, keine Ahnung, wie viel Kilo Fleisch reingekloppt. Wir essen aber viel Lamm, ne? Boah, alles am Spieß. Und Vorspeise ist Fleischteller, Hauptspeise ist Fleischteller. Ja, und da sind wir, waren wir zusammen vegan drei Jahre und dann hab ich wieder so ein bisschen Fisch und Ei in meine Ernährung integriert. Voll. Also, deswegen. Und dann, äh, Silvester fliege ich nach Warschau. Ich war noch nie in Warschau. Ich auch noch nicht. Ja, und deswegen hab ich geguckt. Wo war ich noch nicht? War's nicht so weit? Ja, ja. Ich hab's auch nicht so. Gibt's ein Nobu-Hotel sogar. Geil. Ja, und da sind wir fünf Nächte. Was sind eure Pläne? Aber. Und was macht ihr so? Boah, ich sag dir ehrlich, ich hab für dieses Silvester ehrlich gesagt gar nichts geplant. Mich, äh, ich bin da so, ich kann auch sehr gut sein, dass ich einfach zu Hause chille. Kann sein, dass ich McDonalds bestelle. Aber arbeiten musst du nicht? Bitte? Arbeiten musst du nicht? Ne, 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 ne. Ich leg mich auf am Silvester. Deswegen, also, bei mir ist so, ich mach mir da, ich mag das auch nicht so zu viel Kopf drum machen. Dann das reservieren, da reservieren, der will mit, da will mit, da mit. Weißt du was? Weil da ist immer so viel Kopfschmerzen da rum. Und am Ende des Tages ist es ein Tag eigentlich wie jeder andere. Du stehst am nächsten Tag auf und es geht weiter. Man darf die, äh, man darf die Anforderungen, weißt du so, die Erwartungen nicht so hochschrauben. Ja. An dem Tag so. Dann ist das auch cool. Man muss einfach so auf gechillt, sich so vielleicht ein, zwei Sachen, vielleicht ladet man irgendwen ein. Oder isst so mit ein paar Leuten und dann warst das auch schon. Was willst du machen? So, genau, bist du zu Hause, machst keine Ahnung, Raclette oder was auch immer. So, so Sachen finde ich dann cool, zockst ein bisschen was, irgendwie sowas. Aber wir sind ja auch viel unterwegs, so. Ja. Wenn man viel unterwegs ist, dann ist dieser Tag jetzt auch, ne. Dann ist das nicht so, okay, an Silvester muss ich was geisteskrankes machen. Sondern das Jahr ist auch, äh, zum Glück, äh, auch sehr abwechslungsreich. Deswegen, äh, muss man da jetzt nicht alles auf diesen einen Tag... Du bist weg, ne? Du bist weg? Ja, ich bin bei meinem Vater in, äh, in London. Also mit meiner Familie so dort. Ja. Und, ja, so Familienfeier. Aber ich kombiniere das auch mit Arbeit. Ich habe auch direkt so, erst Januar, aber auch so zwei Sessions noch in London. Und dann, ja. London ist immer ein guter Vibe. Was hast du gesagt, Baby? Ich glaube, äh, letzten Wochen immer unterwegs gewesen. Natürlich auch mal ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich fliege weg, aber ich bin mir noch nicht sicher. Wohin? Bei mir ist es immer sehr, sehr spontan. Ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht, also ich will auf jeden Fall ins Warme. Gerade mit so einer Travel Agency. Weil ich einfach keinen Nerv mehr habe, so. Und, äh... Ja, der Standard ist ja eh, als deutscher Rapper mittlerweile in Dubai zu sein, ne? An Silvesterhoff, ne? Viele sind da auch. Du feierst das aber nicht so krank, ne? Ich weiß es nicht, ey. Vielleicht habe ich es auch so bisher noch nicht so geil erlebt, so. Aber Dubai, das ist so nice, ne? Aber wenn du schon mal in Vegas warst oder wenn du schon so ähnliche Spots gesehen hast, so, das wird schnell zu klein für dich, so irgendwie sehr einseitig. Ja. Ich finde zum Beispiel L.A. ist so, das kann dir gar nicht langweilig sein, ne? Anderer Fall. Das ist unmöglich einfach. Ich finde L.A. ist die krasseste Stadt. Van der L.A. ist sehr cool, bruder. Ja, ich muss. Beste Stadt auf der Welt. Außer halt diese, die ist halt sehr, ähm... Warst du schon mal im Sommer in New York? Im Sommer war ich auch schon mal in New York. Schon lange her, aber ich war auch schon mal da. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Bombe. Also im Sommer liebe ich New York auch. Geil. Ja, ja, voll. Wenn ich das so... L.A. ist halt zu gefährlich geworden, ne? Jetzt ist schon ein bisschen... Echt? Ja, ja. Jetzt wohl wieder ein bisschen besser. Das war in dieser, äh... Zwei... Wann waren wir da? 2022? Letztes Jahr. Achso, letztes Jahr. Letztes Jahr. Da hatte das ein bisschen Peak. Du musst los, ne, Brudi? Verabschiede mich. Alles klar. Können wir ja einmal den Jean-Claude verabschieden? Also, dankeschön, dass du hier warst, Jean-Claude. JC. Wir sehen uns im neuen Jahr. Guten Rutsch. Da musste Jean-Claude gehen. Aus Real Heights technischen Gründen habe ich mich entschieden, oder haben wir uns entschieden zu sagen, ist es einfach so, wie es ist? Er ist jetzt einfach gegangen, weil wir vorher noch haben diskutiert, wie sollen wir das dann so dribbeln und bla bla. Deswegen aber... Machen wir einfach einen Studio-Talk. So ist jetzt wie... It is what it is. Als dritten Drink haben wir jetzt hier den Ghanaian Gold Rush. Der kann was, muss ich sagen. Für wen der ist, brauche ich euch nicht erklären. Zu meiner Linken. Cheers. Garnabit. Um einen Gruß zu reden, ich glaube, das ist der Beste. Nöööö. Echt? Ja, ja, der ist lecker. Ja, aber das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Der ist gut, ne? Guck, kann man auch zugeben. Der ist gut, Bruder. Hol ihn dir ab. Tag. Hol ihn dir. Du warst doch mit Central Sim Studio. Ja. Wie war's? Sag mal. Auf jeden Fall krass. Also wir waren mit Luciano waren wir in London, sind wir da hingeflogen und das war auch eine Session auch für sein Album, also für Majestic Album damals. Und wir waren auch irgendwo in der Hood, keine Ahnung, ich weiß gar nicht woher, ich glaube Schepperts Busch oder so. Das war so richtig wild auf jeden Fall, auch so nachts, keine Ahnung, alles dunkel und draußen, die Jungs sind auch so mit Maske draußen, wer welcher Wagen gerade so vorbeifährt und so. Ähm, genau. Ähm, genau. Wir sind ins Studio reingegangen, Central ist hier eigentlich voll entspannte Typ, ne, aber bei ihm ist so, sobald der Beat läuft, der redet einfach mit keinem. Der ist auch so wie, so, keine Ahnung, du musst dir vorstellen, Autist. Ja, also so, aber gar nicht so auf, so negativ gemeint oder so, er war, ja genau, der ist voll im Tunnel so, der dreht sich auch einfach mit dem Rücken so von an so weg und äh, 15 Minuten später, okay, let me record my part, also my verse und dann so, Dings, ist einfach durch. Aber one take oder was, so wie durch? Aber so schnell meinst du? So maximal fünf Takes oder so. Okay, okay. Ja, ja, der mag auch nicht so schneiden oder so, am liebsten so einen komplett durch und dann ist der auch ready. Am Ende des Tages sehr easy, mit dem zu arbeiten. Ja, 100 Prozent, also sehr entspannt. War auch eine geile Erfahrung auf jeden Fall, ja. Hat immer noch kein Album gebracht, ne? Ne, der hatte doch mal dieses Leak Tape oder so, No More Leaks oder so kamen, war das die, ich hab auch gar kein Zeitgefühl mehr. Ja, letztes Jahr war das. War das letztes Jahr? Ja. Genau. Ich glaub, der droppt sogar jetzt am Freitag, was, hab ich irgendwas auf Instagram gesehen. Ich hab nicht mitbekommen. New Single Tomorrow, irgendwie so. Ja, die haben ja Reichweite, die können das machen. Ja, 100 Prozent. Gar keine Promo oder so. Bei dem ist es eh krank. Genau. Dem ist unglaublich. Du hast ja auch voll viele, Billy, du hast auch sehr viele Features schon gehabt, sehr, sehr hohen Support. Ja, Mann. Was steht noch so an? Hau mal was raus. Was soll ich raushauen? Ja, ich glaub, ich hab auf meinem neuen Album so einige Features, womit die Leute jetzt nicht als erstes denken, würde ich sagen. So, was aber nicht heißt, dass die jetzt nicht auf dem Radar sind, sondern einfach mal eine andere Sparte. Was aber immer noch so freundschaftlich alles ist, jetzt nicht, keine Ahnung, bezahlt oder so. Man hat sich getroffen, ist sich über den Weg gelaufen. Ich feiere die Musik von dem Künstler, der feiert meine Musik. Deswegen, das, was ich cool finde, ist, dass wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Feature gemacht habe und ich Billy mitgenommen habe und egal aus welchem Land jetzt dieser Feature Partner war oder egal wie wenig der von dem Deutschen Marc weiß und die Sprache auch nicht kennt, sind halt viele schon direkt auf ihn angesprungen. Immer wenn ich was gezeigt habe von ihm, haben auch viele direkt gesagt, boah, krass, ey, heftig, lass mal was zusammen machen. Also es kam sogar meistens so von der anderen Partei und man hat direkt gemerkt, so okay, geil, hier ist ein guter Vibe so für ihn. In Deutschland ist es immer sehr schwer, so ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das so eine Prinzipsache, dass du einem nicht direkt seinen Hack geben kannst. Wenn einer krass ist zum Beispiel, du musst das erstmal so ein, zwei Jahre für dich behalten und das so beobachten oder du hast es noch nicht gecheckt, dass er krass ist und wehrst dich so ein bisschen dagegen und nach ein, zwei Jahren kannst du dann, sage ich mal, ihm sagen, boah, du bist wirklich krass, obwohl du eigentlich schon vorher wusstest, aber das nicht wahrhaben wolltest. Das ist geil so, bei internationalen Künstlern, die sind total, die sind nicht voreingenommen, die wissen auch gar nicht, was jetzt Zahlen sind, wie hoch die Zahlen sind, die hören nur und sagen, okay, krass. Das ist wirklich krass, das ist mir auch schon lange, lange aufgefallen, genau dieser Film, wie jetzt beispielsweise, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel so, Drake aus Kanada und dann hast du Nams aus UK, kennen wir ja alle Nams, und Drake hat ja letztens bei dem kommentiert, die haben sich, da war noch nie irgendwie eine Verbindung, hat einfach nur den Sound gefeiert, er ist aus dem einen Land, er ist aus dem anderen und einer wie Drake ist, könnte sich jetzt die größte Filme schieben auf sein Erfolg, weißt du, was ich meine so, der könnte wirklich so komplett durchdrehen einfach, da sieht man auch wieder so, wie dieser gegenseitige Support so zwischen US oder Kanada mit UK und so, ich finde in Deutschland es einfach tatsächlich, da ist einfach zu viel unnötige Politik, muss man einfach ehrlich sagen, so, weil es gibt einen Pool von der Musikrichtung oder von dem Style, den wir so auch feiern, das ist manchmal unsere Bubble so, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ne, voll. Ja, und das ist jetzt eh nicht ohne Ende Leute da drin, so, du hast eh nicht, weißt du, was ich meine, und wenn dann da drin noch Unruhe herrscht und dann irgendwelche Sachen zum Beispiel nicht stattfinden können, wegen am Ende des Tages komplett unnötige Egos, Missverständnisse, einfach Bullshit am Ende des Tages, Attitude, ja, so, einfach, einfach, weil man sich irgendwie zu viele Filme schiebt oder was auch immer, ja, genau, unnötig, einfach. Ich bin ehrlich, ich nehme mich da komplett raus, weil ich bin eigentlich, ich finde, ich bin ein Musterbeispiel dafür, dass ich nicht so ticke, weil ich gar nicht danach gehe, so. Wenn ich etwas feiere, dann feiere ich das. Egal, auch mit welchem Newcomer ich schon Mucke gemacht habe, ihr müsst euch vorstellen, ich habe das auch sehr oft, diese Gespräche mit anderen Künstlern, die sagen, Bro, warum machst du das? Warum stellst du dich auf eine Stufe mit einem Typen, der erst mal noch 100 Meter laufen muss in diesem Game, damit er überhaupt mit dir reden kann? Aber ich sehe das nicht so. Ich sehe das, okay, ey, ein nicer Song oder ein Rapper, wenn er nice ist, der nice, der muss mir das nicht noch irgendwie über 20 Jahre beweisen oder was auch immer. Es kann auch sein, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Es gibt Leute, die haben eine Karriere, die geht zwei Jahre, weißt du so, aber man muss Hack geben können, so. Und ich glaube, das liegt an meiner eigenen Konfidenz, so. Ich bin sehr, sehr, ding, zufrieden mit meiner eigenen Mucke und kann sehr gerne Props geben, so, ohne, dass ich mich schlecht fühlen muss oder irgendwie, dass ich mehr Komplexe fahren muss, einem zu sagen, ey, Bruder, geiler Song, so. Und, äh, keine Ahnung, warum das hier, äh, also ich meine, ist bestimmt auch nicht, ist bestimmt auch nicht jeder so, aber man hat da schon viel in Deutschland, so. Ja, mach doch auch sympathisch, oder nicht? Ich finde, das sagt Werke einfach, ja, 100 Prozent. Es geht noch nicht mal darum, dass man sagt, ey, ich will jetzt hier den Award für den besten Menschen gewinnen, oder ey, ich bin hier die Arbeiterwohlfahrt, sondern es geht darum, Bruder, was macht denn Drake? Das ist doch genau das, was er macht. Ja, Mann. Er legt nach Sounds. Er definiert sich immer wieder neu. Er guckt, dass er in diesem Prozess bleibt. 100 Prozent. Und das macht er die ganze Zeit schon. Ja, und ich finde, das ist auch, wie du es schon sagst, das ist eine Ansichtssache so. Der eine sieht das so, dass er sagt, ja, warum, was machst du mit dem Musik, der braucht noch lange Zeit und so weiter und so fort, ich finde, man zeigt als Artist, vor allem, wenn man schon in dem Game drin ist und schon Hits geliefert hat und schon alles gemacht hat und Touren gespielt hat und alles, was dazu gehört, zeigt das auch eine gewisse Stärke, dass man gar nicht diese Komplexe sich schiebt, sondern einfach der Musik, einfach der wegen der Liebe zur Musik Bock hat, mit diesem Künstler was zu machen. Was danach passiert, wie du sagst, das liegt ja nicht mehr in der eigenen Hand, ob das jetzt ein One-Hit-One da ist, ob der, weißt du, was ich meine, dann abdriftet oder sonst was. Aber in dem Moment geht es einfach um geile Mucke und davon muss es halt, finde ich, mehr Leute geben in Deutschland, die so denken, weil die Blockade ist einfach, da sind zu viele Blockaden, so unnötige einfach. Ich finde auch einfach, bei der Mucke ist so eine Sache, wo viele auch den Fehler machen, dass wenn man jetzt mit einem Artist arbeitet, sei es als Producer oder auch Rapper unter sich, dass man immer so automatisch anfängt, dass das unbedingt so jetzt die größten, man muss ja nicht die besten Bros werden. Weißt du, was ich meine? Das ist ja am Ende des Tages auch ein Business so, was man macht. Klar, es kann immer mal passieren, man versteht sich gut und man hat sich über die Musik kennengelernt und dann ist auch alles cool, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so das erste Interesse, weil wir sind auch mittlerweile so, wir sind jetzt keine 18 Jahre mehr, wo man jetzt irgendwie wild durch die Landschaft geht. Man muss Respekt haben, Bruder, das ist die Basis, aber es gibt Leute, die wüssten vielleicht außerhalb des Studios, Bruder, vielleicht wüssten wir mit denen nicht gerne einen Kaffee trinken gehen oder so. Darum geht es ja, aber ihr habt einen geilen Song gemacht. Genau. Super. So, und da muss man das einfach so dabei belassen, quasi wie Geschäftspartner, man hat ein Business zusammen gemacht, die Leute haben was Nices gehört und das war's. Das heißt ja nicht, dass man jetzt unbedingt die ganze Zeit, weil eh die meisten Sachen, die man gesehen hat, echt die meisten Sachen, wo es irgendwie Kollabo-Album gab oder irgendwie länger zusammengearbeitet haben, gibt's jetzt nicht mehr. Muss man auch ehrlich sagen. Nicht alles, nein, nein, ich sag nicht alles, ne, um Gottes Willen, nicht alles. Aber viele Sachen, viele, viele, viele... Jay-Z-Kanje-mäßig, man. Ich rede jetzt nur von Deutschland, aber, ne? Jay-Z-R-Kanje-mäßig, das ist auch schon keiner. Das gibt's auch nicht mehr. Oh ja, es gibt's halt, in der Musikbranche ist halt einfach so, ne, so Ego ist so ein großes Ding, äh, in der, äh, in unserer Szene, da wird man nicht drum herum kommen, geht am Ende des Tages nur darum, wie man selber, wo man sich selber, so sag ich mal, die Grenzen, wo es noch, wo es noch im, äh, im, wo es noch gesund bleibt. Ja, ja, man muss sich nicht alles reinzählen. So. Safe. Sehe ich auch so. Ja. Eine Frage, die schwirrt mir schon, äh, seit Anfang dieser, äh, Folge im Kopf. Gab's eigentlich schon mal jemanden, der, äh, deinen Namen mit dem, mit dem Festival Summer Jam, äh, verwechselt hat? Ja, das gab's auf jeden Fall auch schon oft. Aber noch viel krasser ist, äh, war das mit dem Song Summer Jam. Also die Verwechslung da, da hab ich auch eine kranke Story. Okay, hau mal raus. Bin bei dir. Okay, die dauert aber ein bisschen. Ist kein Problem, wir haben Zeit. Was heißt, die dauert ein bisschen? Ich war mit meinem Onkel, ich war, ich war da noch jung, sondern ich hab da noch angefangen gerade, äh, das war so German Dream Zeiten. Und dann, äh, hat, äh, meine Cousins haben immer gesagt, ja, der Jamis Rapper, der Jamis Rapper, der Jamis Rapper, voll krass und so. Und dann sind wir, äh, waren wir in Istanbul, hat mein, äh, Onkel gesagt, komm, wir gehen heute Abend feiern. In Reina, das gibt's, glaub ich, nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, der war so Freund von, von dem Geschäftsführer oder irgendwas. Und wir gehen da hin so, und ich merk schon, boah, das ist überhaupt nichts für mich so. Da sind nur so, keine Ahnung, das ist keine Hip-Hop-Party. Und, äh, ja, ich bin da mit meinem Onkel, was auch so total cringe ist, so. Ich komm einfach mit meinem Onkel auf die Party. Und irgendwann, mein Onkel, der hat so zwei, drei getrunken, der geht so zu dem Geschäftsführer und sagt so, ja, das ist mein Neffe, der ist voll berühmt und so, der kommt, äh, der sagt auch nicht so aus Deutschland, der sagt, der kommt aus Europa. Und, äh, der ist voll krass und so, der ist Musiker. Dann sagt dieser Geschäftsführer, ja, wie ist das denn? Dann sagt er, das ist Summer Jam. Dann, irgendwann so, ich, ich, ich merk schon, das ist voll das peinliche Gespräch, so. Ich geh so zwei Schritte weiter und die reden, die reden, die reden. Auf einmal der Typ, der guckt so links, rechts, der ruft so zwei, drei Leute. Da kommen irgendwelche Leute so handlange angedackelt. Dann, der flüstert irgendwas ins Ohr. Ich merke, boah, da passiert irgendwas im Club, weißt du? Die haben gecheckt, so. Da passiert irgendwas. Auf jeden Fall, irgendeiner läuft zum DJ-Pult, einer läuft zur Bar, Lichter gehen aus, Pyro geht an, Dings, auf einmal, er lässt sich einfach Dings abspielen. This ain't nothing, but it's summer. Er denkt einfach, ich bin der Typ, so. Und, ja, ich hab zu meinem Onkel gesagt, ey, lass mal gehen, bitte. Wo war das? Er kommt so, Dings, diese Tanzfläche, die, die, die spaltet sich so. In der Mitte ist so ein Typ, der kommt mit so einem Mikrofon schon so in meine Richtung. Ich bin direkt auf Toilette gegangen, dann hab ich zu meinem Onkel gesagt, komm, lass mal gehen. Aber das war in, in der Türkei? Ja, ja, klar, im, äh, Reina. Ja, ja. Wo war nochmal Reina, in welcher Stadt? Das ist in Istanbul, oder? Istanbul, ne? Ja, ja, dieser Club unter der Brücke, Mann. Ja, ja, ja. Unter der Brücke. Nee, ja, ja. Hätte man noch einen Schnapper machen können. Voll peinlich auch irgendwie. Ja. Bruder, das war so richtig schlimm, Bruder. Sehr krank. Das war schon direkt. Ein Moonwalk rausgekommen. Ja, direkt raus. Da kam schon so ein Obstteller mit so zehn Wunderkerzen. Fontänen drin. Ja, Bruder. Diese Filme. Jana, was auf jeden Fall viele Leute bestimmt nicht wissen, woher kommt denn Producer-Tech? Also wie bist du drauf gekommen? Ähm. Ich hab den durch Zufall eigentlich, äh, also gesehen einfach auf YouTube. Ich hatte davor, äh, mein kleiner Bruder, ich hab den so damals das einfach so einsingen lassen. Er hat so Ghana-Wieks oder so Ghana oder so gemacht. Das hab ich bei, damals so bei meinen Produktionen so reingeschnitten, weil, keine Ahnung, war cool auch als Produzent, du hast einen Tag, so, das muss sein, dass du ein bisschen so dein Branding oder so. Auch damals noch nicht so krass, ne, mit Tags. Nee. Wie jetzt hab ich das. Nee, nee. Vor welchem Jahr reden wir aber? Boah. Also der alte Tag ist locker so 2013 oder so, also schon sehr lange her. Ja, und den neuen hab ich, keine Ahnung, ich hab mir so Ghana-Videos irgendwie reingezogen, so, kennst du ja, man beschäftigt sich auch damit. Ja, ja. Travel-Videos waren das, ne? Ja, genau, so Travel-Videos und, äh, da war halt ne Frau, die hat so, darüber so Videos gemacht, was muss man beachten, um nach Ghana so zu ziehen. Und dann sagt die auf einmal so, so I'm going to Ghana, das war dann so wie, keine Ahnung, so, okay, das ist der jetzt einfach, so, das war auch nicht geplant, da ich nach einem Tag oder so suche. Aber den gab's dann auch schon so, oder hast du den einsperrt? Nee, ich hab das dann zusammen noch so ein bisschen geschnitten und gepitcht, also der klingt auch nicht so. Ja, ja. Und, äh, dann hast du dich Copyright-mäßig auch abgesichert. Genau, davon weiß ich nicht. Habibi. Ja, ja. Nee, aber hört man auch gar nicht raus oder so. Nee, aber das ist so die Geschichte so dahinter. Okay, weil meine Frage wäre noch gewesen, wer das Take-Emer da gemacht hat, aber die ist dann auch beantwortet auf jeden Fall. Genau. Schöne Grüße. Weißt die das? Die weißt du natürlich nicht, ne? Nee, ich glaub nicht. Nein, nein. Was ist das? UK? USA? Wo war die? Kannst ja sagen. Ich glaub Kanada sogar. Okay. Kanada. Ist ja safe. Nein, aber ist jetzt auch nicht so eine große YouTuberin oder irgendwas. Könnte aber auch die Schwester sein, von der die Maybag-Music gesagt hat. Ja, dann wär ich am Arsch, wenn das rauskommt. Ey, ist ja die Schwester. Ist nicht die der Dreck gewesen. War 2017 in Atlanta. Mit, äh, Alias waren wir da. Ja? Da war ich eine Woche, hab ich dieses Patchwork Studios gemietet gehabt und irgendwann ist Natascha, kennst du Natascha von Warner Chappelle? Ja. Meine Publisherin, die hat das so alles so klar gemacht, dann ist sie gekommen und ich hab das so kurz in den Raum geworfen, ey soll man in Magic City gehen und sie so, ja auf jeden Fall, ich bin dabei. Und dann haben wir das echt durchgezogen. Wir sind dann mit ihr nach Magic City. Ali, Natascha, ich. Geil. Und ich hab einfach Dings, ich hab einfach ein Blog kommen lassen in Dings, in, äh, ins Studio und dann hab ich, äh, so Lean Gold, ne, und hab das dann Natascha trinken lassen, ich wirklich. Nein. Wollah, ich hab gesagt, du willst ins Magic City? Hatte ich gesagt, ja, dann hab ich gesagt, ja, okay, dann musst du das ja mit uns trinken. Aber was war Magic City, aber was ist Magic City? Magic City, der Stripclub wurde in Atlanta. Oh, okay, 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 okay. Wir waren ja eben noch beim Thema, ähm, äh, Social Media. Äh, ich finde, ich finde, heutzutage ist es sehr nice, man muss sagen, guck mal, ich finde an erster Stelle, viele Leute reden TikTok schlecht, ne? Ich finde aber, auch für die, für die neuen Künstler da draußen, es ist eigentlich schon krass, was diese, was diese Plattform, äh, für Möglichkeiten bietet, auch für null Euro quasi, dass es dein Sound spreadet. So, jetzt heutzutage kann eigentlich keiner mehr mit der Ausrede kommen, ja, aber ich hab kein Geld für Video oder da ist Budget oder hier, man braucht doch Label oder irgendwas. Du kannst auf jeden Fall Aufmerksamkeit generieren, wenn du als, äh, Newcomer so gerade, weißt du, irgendwo in der Booth was aufgenommen hast und du sagst, okay, das ist voll fresh, wie bringe ich das an den Mann? Zwei, drei Hashtags, selbst bei einem Account, der zehn Follower hat, haben wir auch schon gesehen, dass da, dass die Dinger viral gehen, wenn das Ding krass ist, ist krass. Und, äh, da muss ich sagen, ist schon, ist schon nice. Vor allem, wenn du mal so überlegst, kannst du, du kannst durch diese App auch viel Geld sparen, dachte ich mir letztens. Du teest eine Single an, ne, oder du teest einfach einen Song an und je nachdem, wie der performt, kannst du auch dann entscheiden, okay, hau ich den als Single raus oder nicht, investiere ich dann nochmal Geld ins Video. Instagram auch gemacht. Bei Instagram? Ja, aber das Problem ist so, irgendwann kamen diese Reichweiteneingrenzungen, die Shadowbands und was weiß ich nicht was, ich hab keine Ahnung, aber du hast recht, Bruder, ich zum Beispiel, ich hab schon sehr früh mit TikTok auch, äh, angefangen gehabt, so, ich war da sehr früh, ich war noch im Gespräch mit TikTok, da haben wir uns im Büro getroffen mit den Leuten, die das in Deutschland gemacht haben damals, die wollten mir so eine Chain geben für 100.000 Euro mit TikTok drauf, so, und ich sollte da halt sehr viel TikToks machen, das war so diese Tamam-Tamam-Zeit, aber ja, ich wollte jetzt nicht so unbedingt das Gesicht von, 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 von einer Sache werden, so, wo ich weiß, in was für eine Richtung sich das entwickelt, so, aber, ey, ich finde TikTok cool, so, das, man kann damit arbeiten, aber wenn man denkt, so zum Beispiel nur das reicht, weil die Übersetzung von TikTok, auf dein Streaming, dein Live-Geschäft, dein was weiß ich nicht was, die muss man noch hinkriegen, weißt du, dass das, weißt du, du kannst zum Beispiel einen super viralen Song haben und dann guckst du dir an, wie der performt hat und denkst dir, wow, Alter, wie scheiße hat der denn performt so, krass, warum, ich hab den überall gehört, ne, aber anscheinend läuft der halt im Streaming gar nicht so und ich glaube, das ist nicht, weil der Song schlechter ist, sondern es gibt noch keine Übersetzung, so, von TikTok auf Spotify, die geil ist, weil, wenn du die ganze Zeit auch auf TikTok bist, guck mal, du kannst zum Beispiel Spotify laufen lassen, ne, und du kannst im Internet scrollen, bei Instagram auch, ne, oder bei Instagram scrollen, du kannst aber nicht TikTok laufen lassen, ne, und irgendwas anderes noch machen, TikTok, wenn das läuft, dann ist das, entweder du gehst raus aus TikTok oder du hörst Musik oder was auch immer, das heißt, jede Zeit, also jede Stunde, die, die jemand auf TikTok ist, ist eine Stunde weniger, die, die er vielleicht auf, äh, auf, auf Spotify ist und deine Mucke hört. Ja, 100%, 100%, ja, ja, safe und man hat doch manchmal, manchmal hat man auch, äh, manchmal ist auch bei einem Song genau dieser Teil, den dann, den du auf TikTok hörst, dieses Snippet, genau, das ist so das Geilste eigentlich an der Sache, deswegen geht der dann da viral und wenn du, wenn du in den Streams denkst, merkst du so, okay, irgendwie ist doch nicht mehr so geil, zweiter Part oder so, ist da noch jemand anderes. Alter, ich hab das so oft gehabt, ne, dass ihr einen Song gehört habt, ne. Wie hieß der eine Song, dieser Jim Appel Kida oder so, ich weiß gar nicht. Ach genau, Jim Appel Kida, man denkt so, boah, was für eine kranke Hook, dann merkst du, das ist noch nicht mal die Hook, das ist irgendwas, Bruder, das ist so, einfach, das kommt einmal im Lied und danach kommt das nicht mehr, ich hab das so oft gehabt, so, dass ich gesagt hab, boah, was für ein kranker Song und dann hörst du den in Spotify an und dann denkst du dir, krass, der hat einfach die einzigen 15 Sekunden, die so hörbar sind, hat er da rausgeholt, aus dem Song, hat er so reingetan, der Rest ist so. Ja, oder manchmal ist noch ein anderes Feature dann drauf und der passt irgendwie gar nicht da drauf oder der Part ist nicht nice und so, ja, ja, safe. Was war dein Ansatz, wo du angefangen hast, damals mit Producen, wo wolltest du hin, wo du angefangen hast? Gab es schon so eine Richtung oder hast du erstmal einfach nur Bock drauf gehabt, einfach eine Mucke machen oder einfach Studio gehen ab? Na, also ich hatte damals, wo ich angefangen hab, ich glaub, ich war auch so in der achten Klasse oder so. Ein Kollege damals hat mir das auch gezeigt, weil der hatte so Beats gemacht, ich fand's auch krass und so, ich wollte es unbedingt auch nachmachen. Also ich glaub, ich hab Musik oder Beats eher ohne Ziel auch einfach gemacht. Ich glaub, so mein Ziel damals dann, relativ schnell war eher so, ich will mal einen Rap auf meine Beats mal hören, aber jetzt nicht erfolgreich oder irgendwas. Ich hab mich auch nur darüber gefreut, wenn jemand nur darauf gerappt hat. So zum Beispiel und, ja, Ziele haben sich später auch erst entwickelt. Also ich glaub, ab 2015, wo ich dann auch fertig war mit meiner Ausbildung bei Netto oder generell, ich war am überlegen, ey, was mach ich jetzt? So dann, ich hab auch mein Fachabi dann auch angefangen, dann war ich am überlegen, ey, irgendwas will ich jetzt machen, aber es erfüllt mich jetzt auch nicht so. Dann hab ich mir gedacht, ey, eigentlich, das macht schon Spaß, so zieh das mal durch. Man weiß ja eh nie, wo die Reise dann endet oder keine Ahnung. Wann hast du nochmal, es gibt doch so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, ey, weißt du was, ich rufe jetzt meinen Chef an und sag dir, ich komm nicht mehr. Ja, hier, das war Ding. Was war das nochmal? Also ich hab Jamcam gelernt, das war auch so 2016 rum oder so, also Ende, weil ich hab eine Zeit lang in Darmstadt gelebt, weil ich hab Sounddesign und Music Production angefangen zu studieren, so und dann kam halt die Möglichkeit mit Jessin, dass er Jam kennt und dann konnte ich dahin, dann hab ich's eh abgebrochen. Und klar, man verdient noch gar kein, also gar kein Geld, man hat Nebenjobs und so gemacht. Ich hab in der Zeit im Callcenter sogar gearbeitet und Jam hatte seinen Tamam Tamam Videodreh und der ging so bis 5, 6 Uhr morgens oder so und ich müsste eigentlich um 8 Uhr oder so arbeiten. Und das hat sich alles so für mich so real angefühlt, so man war einfach dabei. Das ist eine geile Story. Ja, dann hab ich dir das sogar noch gesagt, ne? War das an dem Videodrehabend? Ja, 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 das wurde auf jeden Fall voll spät, da meinst du so, ich kann morgen nicht zur Arbeit. Ich so, ich kann morgen nicht zur Arbeit und keine Ahnung, das war so ein realer Moment, ich hab's einfach gefühlt so. Kennst du, man muss auch einfach mal Dinge im Leben machen. Ich zieh jetzt durch. Ich hab dann auch straight gekündigt, weil ich dachte, das funktioniert dann auch. Und ja. Und es hat auch funktioniert. Ja, das ist so geil. Ja, genau. Das ist geil, ja, manchmal muss man einfach, ähm... Das ist so geil, diese Story, das kommt so krank, das ist so, wie wenn mein Vater sagen würde, ey, ich hab deine Hörprobe gesehen, die ist viral gegangen, ich hab mir grad eine G-Klasse zustellt. Ja, aber manchmal muss man so machen. Viele, viele bleiben dann, dadurch, dass sie sich nicht trauen, so einen harten Cut auch zu machen, muss man natürlich auch die Eier dafür haben, ne? Gehört doch dazu, kann sein, dass man dann erstmal weniger Geld verdient, ne? Man muss halt irgendwelche Abstriche machen, aber wenn man das unbedingt will, dieses eine Ziel, dann muss man diese Risiken mitnehmen, so. Weil sonst bleibst du immer in dem alten, in dem anderen Käfig. Ich bin auch so ein Mensch, hab so keinen Bock später mit 60 oder 70 sozusagen, boah, hätt ich das mal gemacht. Ja, ja. Gibt ja voll viele, die gesagt haben, ich wär Fußballprofi geworden. Die ärgern sich dann, wenn die dann später so, weißt du, einfach so durchziehen und dann siehst du ja, was ist. Aber ist auch klar riskant. Da muss ja jeder mitmachen, so. Ob Familie, so Unterstützung oder keine Ahnung, so. Das schon. Warum hat der, wärst du auch fast profil geworden? Billy ist auch einer von diesen Leuten, die sehr hochfußball gespielt haben, bis sie Kreuzbandriss hatten. Hast du echt Kreuzbandriss? Ah, du hast Kreuzbandriss? Ja, Bruder, ich hatte zwei, dreimal geführt. Ja. Jetzt hatte ich, Anfang des Jahres hatte ich schon mal eine OP, bin zum Arzt gegangen. Echt? Achso, das war nicht aber neu nochmal gerissen. Nee, das war nicht neu gerissen, das war einfach immer noch gerissen. Aber du hast doch eine OP trotzdem gehabt. Bleibst du immer noch gerissen? War nicht gut operiert, hat nicht gut geheilt. Echt? Ja, ja. Der meint so, ey, Arzt checken, wo du warst. War gefickt. Auf gut Deutsch gesagt. Jetzt sind wir gerade dran. Wir haben den Arzt verklagt. Wir haben ein paar Kosten beim neuen Studio war gehabt. Habst du gesagt, holst du wieder rein. Die Kohle da rausholen und dahin stecken wieder. Aber krass. Ja. Aber nein, schwer, glaube ich. Wer weiß? Hab ich, glaube ich, ich weiß. Es gibt auch Videos, wie er mit, der hatte bei Loredana in Köln Gastauftritt. Er ist so mit Krücken auf die Stage und so gegangen und so. Stimmt, 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 stimmt. Das habe ich selber noch gesehen. Hast du sogar in deinem letzten TikTok oder so drin. Stimmt, stimmt. In einer Szene war da drin. Ja. Krass. Wie kam das eigentlich, das habe ich mich letztens noch gefragt. Wie kam das eigentlich, oder wo hat AJ Tracy Agassi gehört? Das erste Mal. Wo das krass ist, ich habe diesen TikTok gesehen, wo er so sagt, ey, mein favorite Song ist Agassi right now. Genau, genau, das meine ich ja. Und wir haben uns davor noch gesehen, war aber jetzt nicht so Thema. Ja, ja, okay. Das heißt, er hat sich einfach in dem Moment gedacht, ey, ich feiere den Song. Wir haben ihm ganz andere Sachen gezeigt gehabt. So, wir haben ihm neue Sachen gezeigt, die noch nicht raus sind. Genau, vom Album, die noch nicht draußen sind. Und er hat gesagt, ey, das ist mein favorite Song. Wahrscheinlich hat er bei Insta gesehen. Wir folgen uns. Wahrscheinlich dann über den. Ja, ja, genau. Aber war falsch, mit anderen Sachen reingehört. Er hat mich auch gewundert in dem Moment. War aber schon geil. War sehr nice. Auch ein sehr nicer Typ, muss ich sagen. AJ Tracy, auch ein kranker Typ. Super. Er hat uns auch super krasse Sachen von seinem Album gezeigt. Oder was hast du, hast du dir auch kennengelernt? Super, ich muss sagen, ehrlich, war sehr, 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 also wir haben uns in Amsterdam getroffen, jetzt vor ein paar Wochen, bevor die Single kam und sehr angenehm. Auch seine Jungs so sehr entspannt, locker, echt coole Talks, gerade ein bisschen sich ausgetauscht und so. Und ich muss auch sagen, der hat seinen Part, also wo ich ihn gefragt habe, ob er mit dabei ist auf dem Song, der hat so ein paar Stunden später direkt zugesagt. Das war so, ich hatte in vier Tagen den Part. Ohne Scheiße, das war so drei, vier Tage war das, das ging in derselben Woche, es war so Dienstag und Freitag hatte ich schon den Part. Und was für ein Part auch noch, ne, so. Das, das ist so krass. Das ist aber auch so eine Deutschrap-Krankheit, ne, wenn man so auf Parts wartet. Ey, Bruder, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, also ich hab, ich hab auf dem Album hab ich einen Song mit Raff und ich weiß, wie busy er ist, so, ne. Und das ist so, ich versteh mich gut mit dem, ich hab gar kein Dings, aber so, ich, ich will weder den abfacken, noch mich abfacken in dem Moment. Wenn ich etwas schnell brauche, dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist ja zu kurzfristig, den jetzt noch auf den Song zu holen, dann kacke ich da drauf, so. Dann mach ich lieber etwas, was, was realistischer ist. Ja, ja. Und wir sitzen im Studio mit Gennaro und der sagt so, ey Bruder, Holla, ne, du musst hier Raff drauf holen. Dann hab ich ihm zu dem gesagt, Bruder, das ist total unrealistisch, wir haben bald Abgabe, ne, der ist so, du musst mal auf Social Media gucken, wo der gerade ist, keine Ahnung, was der gerade macht, ob der gerade auch auf Musik machen ist und, oder ob der gerade in Barcelona ist oder was, weiß ich nicht was. Und dann meinte er, ja, schick ihm doch einfach. Dann hab ich mir so einen Ruck gegeben, hab ich ihm gesagt, ey Bro, ich weiß, du bist, erst mal diesen Talk, bla, 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 aber ey, guck mal hier, ich hab den Song und ich könnte mir, äh, äh, super gut vorstellen, dass du, äh, da drauf, äh, super geil passen würdest, bla, 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 ich schick ihm den Song, er schick mir zwei Stunden später seinen Part einfach. Nein. Krank, ja, ja, ja. Ja, Holla, er hat direkt gesagt, okay, alles klar, ich bin gleich im Studio, ich schick dir das. Auch gar nicht so viel Laberei oder so und, äh, ich hab dann seinen Part, ich glaub, er hat seinen Part direkt hochgeladen, mein Instagram. Irgendwas war da auf jeden Fall. Das heißt, er hat doch mies gefühlt einfach den Song. Ja, Bruder, ich glaube, bei Raff ist einfach nichts, das muss ihn so herausfordern. Und er muss Bock auf den, auf den Song haben. Er ist, er hat ja auch einen ganz bestimmten Sound. Ne, ich glaube so, dass wenn du jetzt irgendeinen Trap, wenn du einen Trap-Song ihm schickst, dass ihn das vielleicht nicht so abholt. Aber er hat ja einen ganz bestimmten Sound und der Song ging auch schon in die Richtung. Woll. Ne, es geht am Ende des Tages, geht's ja, geht's ja, äh, du kennst das ja auch, ihr habt ja auch erste, wie war, wie war, wie war dein, äh, deine Erfahrung so mit der ersten Single? Ich meine, es ist ja schon nochmal sowas anderes. Oder findest du, es ist nichts anderes? Es ist das Gleiche, wie wenn man selber jetzt produziert für ein anderes Album oder quasi am eigenen Album arbeitet. Du meinst die Single, die wir auch zusammen machen? Ja, ja, mit, äh, mit, äh, genau. Ach so, du meinst jetzt okay. Ich meinte jetzt von euch, von deinem Projekt, aber ist ja, ist ja, ist ja. Ja, 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 voll, okay. Ja, also, das ist eine kranke Erfahrung. Also, ich glaube, viele Musikproduzenten haben das gar nicht so im Hinterkopf, wie viel Stress das auch ist, ne? Also, im Endeffekt, du gibst ja ein Beat-up, arbeitest mit dem Künstler und der Rest ist dann so sein Problem. Aber wenn du selber eine eigene Single raushaust, so, du checkst, da müssen so tausend Dinge auch so gemacht werden, so. Du musst Video planen, du musst so Promo planen, dann musst du gucken, dass alle Künstler an demselben Tag Zeit haben. Dass alle Künstler an demselben Tag releasen wollen. Genau. Dass alle Künstler Bock haben, das zu promoten. Das, ey, Bruder. Das ist auch so eine Sache, ja. Man ist durch diese Schule schon 20 Mal gegangen, so. Das ist ein Struggle, auf jeden Fall. Safe. Also, man muss auch ein dickes Fell haben. Also, da darf man auch nicht viele Sachen so persönlich nehmen. Nee, 100 Prozent, ja. Weil da gehst du dran kaputt. Also, wie gesagt, du hast da tausend Dinge, wo man so drauf achten muss. Auch Kosten ist auch ein großes Thema, wenn du so viel... Du musst den da hinfliegen, da Zimmer buchen, dann das und so. Dann kommt da noch ein Abi von dem mit, von da, von da. Da sind diese Abi-Geschichten noch. Aber was mit meinem Cousin? So, der muss, aber der ist gerade in Norwegen, aber ohne mein Cousin... Können wir den nicht reinfliegen? Der wäre jetzt sehr elementar wichtig für den Videodreh. Am Ende, was macht er dann beim Videodreh, wenn man den dann eingeflogen hat? Und das Erste, was er macht, ist sich einen G drehen. Ja, ja. Original einfach. Nee, aber um so darauf zurückzukommen, ist auf jeden Fall... Es war eine richtig geile Erfahrung auch und da wird auch safe auch mehr kommen. So, wir sind jetzt auch parallel halt auch an, äh... Halt auch an anderen Alben von Künstlern halt auch dran. Deswegen ist das eh nicht immer so einfach, dann auch sein eigenes Ding so zu machen. Und, äh... Aber ich hab auch richtig Bock da drauf. Also, so nächstes Jahr wird auch safe mehr kommen. Wir haben es jetzt erst mal so angeteast, so. Ja. Mit den zwei Singles halt mit der deutschen und türkischen Version. War schon nice, aber, ja, genau. Ja, ja, safe. Geil. Auch schon geil, Bruder. Also, oder? Also, wir sind auch mega zufrieden, Ginau und ich so. Wir sind so... Auch gute Namen für eure ersten Singles. Ja, sehr stark. Und, und worüber wir uns halt auch so voll gefreut haben oder so. Ich weiß nicht, ob die Leute das so draußen so realisiert haben. Das war auch so sehr... So, das Feature war auch nicht so gezwungen. So, die Künstler kennen sich auch untereinander. Man selber kennt ja auch die Künstler. Man ist auch cool mit denen. Aber diese Konstellationen waren auch immer das erste Mal. Genau. Ja, zum Beispiel. Ja, stimmt. Ein Summer Jam hatten noch nie mit einem Murder und Azzl waren die auf einen Song drauf. Geil. Das ist halt dann so... Du kennst ja selber... Ja, den Ansatz finde ich geil, weil es sowieso immer geil ist. Einfach ein bisschen anders so zu sein. Kombination. Kombination. Ja, Mann. Aber es ist auf jeden Fall stressig, ja. Ja, ja, safe. Safe. Das wissen viele, viele gar nicht, was da... Bis das rauskommt, sag ich schon, haben wir auch in der letzten Folge mal drüber gesprochen, dass es geisteskrank ist. Jungs, ich stelle euch jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen. Oh, shit. Das ist so mein Lieblingsspiel in dieser... Bei dieser Folge. Fangen wir locker an. Fangen wir locker an. Nike oder Adidas? Nike. Gibt nur eine Antwort. Nike. Oh, was mit Yeezys? Wie heißt das Yeezys? Ja, so... Ey, guck mal, man kann jetzt auch Adidas nicht so kleinreden. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber Nike... Das ist so... Ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein Zyklus. In diesem Zyklus ist Nike nie weg vom Fenster gewesen. Das sind... Alle anderen Marken sind immer mal wieder weg vom Fenster. Nike hat sich wirklich immer... Oder Nike hat sich immer sehr gut gehalten. Aber ich glaube, Adidas kann auch ganz normal wieder zurückkommen. Halt so das, was man gerade... Aber auch wahrscheinlich nur für eine Saison so. Jetzt gerade... Aktuell sind ja die Sambas so voll wieder trennt. Die kamen irgendwie wieder back. Aber ja, wenn man sich für einen Schrank entscheiden muss, den du dein Leben lang nur anziehen kannst, dann würde ich jetzt auch eher sagen, das Nike hat sich auf jeden Fall mit geilere Silhouetten und so am... Ja, safe. Wie du schon sagst, aber... Sambas ist... Ein Ding ist... Fünfter Klasse. Ja, du weißt, was das Problem ist. Sambas kam richtig aus... Du gehst so... Manchmal bei Karstadt rein... Das hast du aus deiner Kindheit einfach so. Du gehst bei Karstadt rein oder bei Sportcheck und dann liegt das so lieblos in der Ecke, diese ganzen Adidas-Badeshorts und so. Und du denkst dir, boah, scheiße, Adidas kann ich gerade nicht rocken. Ja, allein so ein Ding... Wer von uns hat so Adidas-Socken? Ich schwöre, ich hab noch nie gehabt... Ich fand es einfach schon an, ich auch nicht. Ich schwöre, ich hab noch nie mal jetzt, wo du das sagst. Ich sag so, Adidas einfach mit Nike-Socken. So auf den, auf Skandal einfach. Sujuk mit Ei oder Men and Men? Welcher Type of Guys seid ihr so? Boah, ich bin dir ehrlich, Bruder. Was ich nicht mag, ist Sujuk mit Men and Men. Es gibt zum Beispiel Leute, die das auch mögen. Boah. Ich? Nee, Bruder. Das ist einer drüber, Bruder. Safe. Das ist so wie, wenn du jetzt ein Lama-Jun nimmst und dann auch ein Adana rein tust oder da nochmal Dönerfleisch rein tust, das ist einer zu viel. Findest du? Das ist so ein Döner holst du's. So ein Culture-Ding, Bruder. Checkst du den? Ja, kann ich wahrscheinlich nicht. Ich finde, das ist aber echt auch so. Nein, aber Wollah, Bruder. Also so Sujuk ist halt so mit nix. Ich mag... Normale Rührei oder Dings. Oder Spiegelei. Es gibt nur diese zwei Optionen. Vielleicht geht noch Omelette. Den gebe ich euch auch noch. Aber Men and Men, Bruder. Das passt einfach nicht. Nein, ist zu viel. Jaja. Ich bleib dabei. Am Topf einfach. Okay, ey. Jetzt, wenn wir schon bei diesen Essenssachen sind. Das sind jetzt zwei türkische Gerichte, ne? Okay. Würdest du nie wieder Sujuk mit Ei oder nie wieder diese Spiegelei, was du bei Stinkes bekommst oder was weiß ich? Diese ganzen... Diese Toten... Richtig, Türkei ist eh viel. Das ist ja selbstbeantwortlich. Vom Maritim-Hotel. Ja, Bruder. Ja, ganz klar. Also ich finde, Sujuk mit Ei kann man es jetzt auch nicht immer... Ich finde, ey, Bruder, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch eine Zeit, wo man wirklich sowas ins Sortiment nehmen kann, Mann. Warum gibt es sowas nicht? Warum gibt es sowas nicht in der Bäckerei? Warum gibt man diesen Schritt nicht und sagt zum Beispiel, ey, das sind coole Rindsbockwürste. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt das Thema Schwein. So jetzt... Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber generell, es gibt doch coole Sachen, die, sage ich mal, die Migranten hier auch mit ins Land reingebracht haben. Ist zu 100 Prozent so. Ich weiß genau, was du meinst. Auch Ayran zum Beispiel jetzt. Ja. Aber Müller-Milch hat auch Ayran dann gemacht. Ist witzig, ne? Ja, so. Nach 45 Jahren, Bruder, haben die dann Ayran gemacht. Ich habe auf einmal... Aber es gibt viele Sachen, so, weißt du, die man da so übernehmen könnte, so. Die wir alle kennen. Ja, kommt bestimmt noch. So ein paar Jahre vielleicht, man weiß nicht. Vielleicht. Sabr. Meinst du? Auf Optimismus, sagst du? Auf den. Von Funny Frisch gibt es bestimmt bald Dings. Fufu, diese aber instant. Ja, Mann, Fufu, mit diesen Kartoffeln und Dings. Ja, so auf den. Nie wieder Adana essen? Oh. Oder nie wieder Kubide? Jetzt bin ich gespannt. Da muss ich dich enttäuschen. Aber wirklich. Mir geht schnell, Bruder. Team Adana. Team Adana. Ach so, so abgesprochene Sache. Nein, Bruder, nicht abgesprochen. Es ist einfach, das sind so Basics, Bruder. Was sagst du denn? Sachen, die mich zur Diskussion stehen. Für mich, ich sag dir ehrlich, Team Kubide, ich sag dir ehrlich. Aber nicht, ich würde das ehrlich sagen, wenn es andersrum wäre. Ja? Beispielsweise finde ich, das türkische Frühstück zum Beispiel ist bestes Frühstück, was es gibt. Da sag ich jetzt auch nicht so, nein, nein, persische Frühstück ist besser. So, ist einfach Real Talk. Türkische Frühstück ist Nummer eins. Aber Adana ist auch nice, aber ich mag diese Schärfe nicht da drin. Warum? Weil ich aufgewachsen bin mit Kubide. Ah, da guck mal, da fängt das schon an. Du magst keine Schärfe. Doch, doch, ich mag Schärfe. Wir haben keine Diskussionsgrundlage, mein Bruder. Wir essen alles scharf. Nein, nein, ich mag Schärfe, aber ich bin mit Adana ist für mich einfach Kubide mit Gewürz. Also einfach scharf. Und deswegen, weil ich aufgewachsen bin nur mit Kubide, ist das für mich so, das passt für mich, Schärfe passt für mich in diese Kubide nicht rein. Ich kannte das Anno. Ja, aber wir haben Urfa. Urfa Kebab ist ohne Schärfe. Das stimmt. Und der kommt, das ist dann wieder wie Kubide. Ist trotzdem nicht gleich. Ich finde, das schmeckt trotzdem ein bisschen anders. Aber ich mag Kubide auch. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, das oder das, dann würde ich, glaube ich... Ja gut. Nein, Bruder, ich sag das nicht nur deshalb. Ist jetzt nicht so, als hätten wir beides nicht schon aufgegeben. Ich bin Türke, okay, aber was... Hier sind doch die zwei besten Bereiche. Warst du bei diesem... Ja, aber ihr fahrt ja gleich in einen Ort. Warst du bei diesem Iraner in L.A.? Warst du bei diesem Iraner in L.A.? Bei welchem Iraner? Bei diesem Iraner in Dings. Wo ist das? In Glendale. Dieser Raffi's Place. Ah, den hast du mir geschickt. Ich war aber nicht da. Den hast du mir geschickt. Für diesen Laden sind wir manchmal aus West Hollywood so eine Stunde gefahren. Du krass. Einfach nur, damit wir... Ja, Bruder, ich sag mal so, das ist so nice. Erster Tag in and out, zweiter Tag, was weiß ich da, mexikanisch. Dritter Tag, wieder irgendwie so... Es ist immer sehr nasty gewesen, so was wir gegessen haben. Und dann hatten wir so Hausmannskost. Das kam dann gut, ne? Wenn man ein Rormes Habzi von Seite geballert hat, dann kam das schon nice. Aber ansonsten hatten wir da... Oh, in L.A. hatten wir auch einen kranken Laden hier. Wie heißt das? House of Crabs? Was war das? A Hit The Crab. A Hit The Crab. A Hit The Crab. So richtig undercover auf Uber Eats aber auch. War das der? Diese Tüte, die kommt. Dieser Müllsack. Mit so Muscheln, Seafood, bla bla bla. Diese Seafood-Boil, das essen dann so voll viele mit Hand. Da ist so... Handschuhe sind dabei. Lastfood quasi. Da kann man so sehen, wie man will eigentlich. Also so, da sind so Kartoffeln drin. Also da ist eigentlich nur Fisch, so Hummer, Schrimps und so. Und halt so... Was ist da noch drin? Maisfolgen? Mais, bestimmt, ja, ja. So eingelegt alles so und das ist so dann... Denk ich auch mal. Also es ist nice. Ich glaub, du würdest auch safe... Isst du so Fisch und so, oder? Ja, ja. Naja, safe. Dann... Es gibt ja Leute, die sind so gar kein Fischtyp. Die essen nur Fleisch, so zum Beispiel. Ich find schon, die Balance macht's. Ja, Team Adana. Sorry, Bro. Was ist dein Lieblingsladen in L.A. eigentlich? So zum Essen? Mein Lieblingsladen in L.A.? Ja. Ach so, wenn wir beim Perser waren. Warte mal. In Dubai gibt's einen krassen Perser. Den hab ich dir geschickt, ne? Bruder, wir waren doch in Dubai zusammen bei einem Perser. Ist das der? Nein, 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 aber ich mein einen anderen. Nee, diese Ilan Samines Dings. Der ist okay. Der war richtige Touri-Volle, Bruder. Der ist... Ja, ja, das ist okay. Ist okay so. Auf Imbisslevel. Aber es gibt einen anderen Khuri, heißt der. K-H-O-O-R-Y. Okay. Ist das das, was du mal postest, dieses Krasse? Alle Leute, die nach Dubai gehen und Persisch essen wollen. Nee, das ist so... Du kannst da so... Wie sagen wir im Iran dazu? Sonati. Du kannst so auf... So viele Sachen war das, ne? Nee, du sitzt einfach auf so einem Teppich. Tarte nennen wir das, so Teppich, so auf so einer Erhöhung. Tarte heißt bei uns Dings, Brett. Ja, ist ja auch Brett und dann ist Teppich drauf quasi. So kann man es nur sehen. Und das ist so auf dieses Style. Also es ist überhaupt nicht teuer, aber es ist einfach... Kommt dem, sag ich mal, dem Vibe... Authentisch. Genau, authentisch. Wie wenn du jetzt im Iran irgendwo essen würdest, an irgendeiner Ecke. Das ist nicht diese Schickimicki. Aber oft sind das die krassesten Legen. Genau, das ist das nämlich. Muss man auch so sein. Weil diese Schickimicki habe ich auch sehr viel schon gegessen, sei es türkisch, persisch... Die ändern dann die Gerichte ab, Bruder. Die machen dann so, keine Ahnung, Granatäpfel über den Spieß nochmal, damit das krass aussieht. Bruder, was hat der Granatäpfel da verloren? Fülle mal direkt wieder runter. So diese Schickimicki-Sachen, die sind manchmal zu viel einfach. Das heißt dann auf einmal türkisch Fusion. Ja, ja, klar. Fusion-Kitchen. Ja, ja, klar. Lieblingsladen in L.A. war ich tatsächlich noch nie persisch essen. Nee, nee, generell, meinst du? Generell, gibst du einen Laden, wo du... Also, ich sag mal, ein Laden zum Essen wäre Catch, finde ich nice. Waren wir sogar auch zusammen. Waren wir zusammen? Frank. Und ein Laden zum Shoppen wäre H. Lorenzo, wenn ich mich entscheiden würde. Bei dir? H. Lorenzo ist natürlich... Der schmeckt schon. Der schmeckt schon, der Laden, ja. Ja, so Shopping-mäßig auf jeden Fall H. Lorenzo ist sehr gut. Ansonsten so Standard Maxfield kann man machen. Und ansonsten essenmäßig. Wie hieß die Salaten, wo wir die Trüffelpizza gegessen haben? Ich finde eigentlich jedes Jahr, das ist so... Zekonis? Laurel Canyon. Nee, 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 nicht Zekonis. War das gegenüber von diesen Chrome-Halfladen? War das die Salaten? Nein, 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 nein. Das ist ein ganz, äh... Wie heißt der? Patsche? Patsche oder irgendwie so heißt der. Patsche? Nee, nee, ohne A. Einfach Patsche, glaube ich. Oder Pace? Ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Da haben wir diese Trüffelpizza da für 80 Dollar oder was. Aber der Laden ist wirklich krank. Also das ist wirklich so ein bisschen... Der ist ein bisschen fernab vom Schuss. Und der macht halt so super authentische italienische Küche. Und der ist richtig geil. Ich hab da nichts getroffen. Den von Scream. What's up? Echt? Marlon Wayans. Den hab ich da getroffen. Der war ultra nett auch. Das muss man auch sagen, Mann. Er lädt die Leute, die sprechen einen an. Die sind gar nicht so... Dings... Die sind gar nicht verschlossen. Ja, Mann, stimmt. Das ist ja das Geile... Kannst nicht alleine was trinken gehen, Bruder, ohne dass sich einer anquatscht. Du gehst was trinken, dann sagt einer, hey, wie geht's? Geile Schuhe oder... Weiß ich nicht. Das ist direkt ein Gespräch in Deutschland. Das ist unmöglich, Bruder. Ich hab in Berlin einmal gefragt, ey, wo geht's nach Kreuzberg? Hättest du mir gesagt, Bruder, das sind doch Schilder. Guck auf die Schilder. Ja, nee, das ist so... Das ist einfach eine ganz andere... Mentalität. Mentalität. 100%. Jetzt ist sowieso, ich finde, die Winterzeit so, vor allem so Dezember, Januar, finde ich immer, ist sehr gefährlich hier in Deutschland. Zwecks, keine Ahnung, man geht raus und irgendwie ist... Der Vibe ist wirklich, ey, ich weiß nicht, ob ich das nur so sehe, aber ich bin so manchmal auch so voll der... Also voll Reinsteiger. Aber mir kommt es so vor, als ob der Vibe schon echt tot ist, so. Also du gehst raus, überleg mal, wann du das letzte Mal vielleicht draußen warst. Keine Ahnung, du hattest vielleicht mal schlechte... Man geht auch manchmal aus dem Haus und hat irgendwie schlechte Laune, irgendwas, abgefuckt wegen irgendwas. Und du triffst dann, keine Ahnung, im Supermarkt jemanden, den du nicht kennst oder so, aber irgendeiner, der dir irgendwie mit irgendetwas einfach nur coole drei Sekunden beschert. Sei es auch, wenn nur, wie der Cem gerade eben meinte, dass er sagt, ey, deine Sneaker sind fresh. Weil das gibt ja auch so, okay, nice, Mann. Einer hat mir ein Kompliment gemacht, tut gut. Gibt man dann auch weiter, wenn man bekommt. Weißt du, Bruder? Safe. Wann war das das letzte Mal so, dass du so ein Feeling hattest hier? Bruder, in Reit wird dir keiner sagen, boah, geil, du hast eine geile Frisur. Wallah, ich sage dir, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie gehört, dass einer dir random, wenn du vorbeigehst, dir ein Kompliment macht. Aber das ist ja nicht nur in Reit so. Nee, aber ich sage dir so, in so Kleinstädten ist das noch viel mehr so wie in Berlin. In Berlin passiert sowas schon mal. Da bist du schon mal im Aufzug in einem Hotel und da sagt einer, ey, cooles Outfit. Das wird dir in Berlin, in Gladbach niemals einer sagen, Bruder. Niemals wird dir einer sagen, boah, cooles Outfit. Berlin ist nochmal was anderes, finde ich, weil da passiert viel, also die haben viele Touris auch, die von in und out kommen, weißt du, da sind auch viele Artists, da sind auch viele, die halt viel rumgekommen sind auf der Welt, dann merkst du das. Du merkst es automatisch bei einer Stadt, die mehr international ist, auf einem internationalen Level, und das ist halt Berlin die einzige in Deutschland, da merkst du, dass die Leute das auch da, dass da ein anderer Vibe nochmal herrscht. Aber an allen anderen Städten finde ich das eigentlich fast gleich. Und das ist schon so, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich wenn ich jetzt an einem vorbeigehen würde und sagen würde, ey, coole Schuhe, dann würde ich so denken, okay, was will der von mir? Was ist mit dem? Der will mich abziehen, der will mich abziehen. Was kommt danach? Hast du 50 Euro für mich? Ja, geil. Mir, war uns eine Ehre, dass ihr hier gewesen seid, auf jeden Fall. Für die Einladung, Broski. Dankeschön für den niceen Talk. Dritte Folge, sehr gerne. Und jetzt gibt es noch eine Sache. Bei der letzten Folge haben wir euch zweimal zwei Tickets gegeben. Die zwei Leute, oder beziehungsweise vier Leute, sitzen auch genau hinter der Kamera da hinten, wollen nicht gesehen werden. Also nicht gezeigt werden auf der Cam. Und diesmal haben wir eine Patron El Cielo Bottle. Das ist eine sehr, sehr geile Flasche. Ist hier drin. Und die wird jetzt einmal unterschrieben. Und die werden wir dann rausgeben. Unter allen Comments, die unter diesem Video kommentieren. Glaubt ihr mir, ich mache gerade zum ersten Mal so eine Unterschrift? Danke. Bin gespannt, wie die aussieht. Dann nebenbei noch kurze Frage. Mit KDB Hofbräu oder mit Günther Jauch in den Stripclub? Mit KDB Hofbräu oder mit Günther Jauch? Ich gehe mit Günther Jauch und meinem Bruder in den Stripclub. Ja, 100 Pro. Was soll ich im Hofbräu, Bruder? Was soll ich im Hofbräu? Ja, aber es war so. Ich laufe da doch wie Falschgeld drum, Bruder. Ich passe da doch gar nicht rein. Habt ihr oben für mich gelassen? Mein Bruder. My G. Man merkt, das war auf jeden Fall nicht deine erste Unterschrift. Wir haben schon ein paar gemacht, ja. Ach, damals noch... Ey, Bruder, wir haben doch diese Boxen gemacht damals, wo wir... Bruder, was habe ich da schon? Ich habe, glaube ich, schon 5.000, 10.000 unterschriebene Boxen und so. Ach du, ich weiß. Und das ist die richtige Arbeit, Bruder. Aber es hört sich jetzt so an, so tak, 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 tak. Irgendwann dein Arm schläft ein. Das hilft allein, wenn jemand schon einem die neue Box so rüber reinsteht und so. Ja, Mann. Man hätte am liebsten noch ein paar Mitarbeiter gehabt, die mit unterschreiben. So, das ist die Flasche auf jeden Fall. Die wird auf jeden Fall bei euch ankommen bis zum 31. Das verspreche ich. Und hier sind die Unterschriften. Da kommt die Flasche rein. Unter allen Comments geben wir die raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.